Dann, wir haben gerade das OK bekommen. Dann darf ich Sie alle herzlich begrüßen zur heutigen Veranstaltung, zur Podiumsdiskussion, zur Bundestagswahl 2021, durchgeführt vom Studierendenrat der TU Ilmenau. Dazu haben wir eingeladen unsere sechs Direktkandidaten des Ilmenkreises. Diese werden sich gleich auch nochmal vorstellen. Bis dahin möchte ich noch kurz was zur Agenda sagen und zur Durchführung. Wir werden also vier Themenblöcke haben. Das sind die Themen BAföG, Corona, Digitalisierung und Lokalpolitik. Diese Blöcke werden wir jeweils 15 bis 20 Minuten besprechen, jedem Direktkandidaten die Möglichkeit geben, seine Meinung dazu zu äußern. Denn das ist das Ziel des heutigen Abends, dass wir uns ein Bild verschaffen können, was die Ziele, die Positionen und die Ansichten unserer Direktkandidaten sind hier im Ilmenkreis. Und damit möchten wir auch die Veranstaltung beginnen. Kurz zu Beginn möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir am Schluss noch 30 Minuten Zeit haben werden für Fragen. Falls es Fragen von Ihrer Seite gibt, dann können Sie diese gerne auf stura.eu slash Fragen hochladen und dann werden wir diese später hier vorlesen können. Noch grundsätzlich möchte gesagt sein, dass wir heute Abend den respektvollen Miteinander umgehen möchten. Wir wollen einander ausreden lassen und die Nettikette einhalten. Und damit können wir auch schon starten. Jeder von Ihnen hat jetzt zwei Minuten Zeit, sich kurz vorzustellen. Und der Einfachkeit halber würde ich vorschlagen, dass wir hier links starten. Ist das in Ordnung für Sie, Frau Wanderer? Ja, einen wunderschönen guten Abend erst einmal. Mein Name ist Cornelia Wanderer. Ich trete für die Linke im Wahlkreis 192 an. Bin 58 Jahre verheiratet, von Berufssteuerfachangestellte und zu DDR-Zeiten mal Friseurin gelernt. Habe auch ein Studium absolviert an der Universität in Frankfurt am Main in der Goethe-Universität. Allerdings ist das ein Studium gewesen, was nur ein Jahr gegangen ist. Ein gesellschaftspolitisches Studium von Montag bis Samstag, ein Vollzeitstudium, was dann die Fachhochschulreife beinhaltet. Das habe ich aber erst mit 43 Jahren gemacht und deswegen hatte ich dann natürlich auch nicht unbedingt, dass ich da noch weitermachen möchte. Ja, ich trete wie gesagt für die Linke an, wohne in Plaue, also kurz hier dahinter zwischen Anstatt und Ilmenau, genau in der Mitte. Ja, und ich denke, das reicht erst mal zur Vorstellung. Wunderbar, vielen Dank. Herr Ostermann, möchten Sie gerne weitermachen? Danke. Ja, mein Name ist Stefan Ostermann. Ich bin 42 Jahre alt und Vater von zwei Kindern, verheiratet, wohne in Anstatt und bin dort auch Mitglied im Stadtrat. Ansonsten beruflich bin ich seit 20 Jahren im Bereich erneuerbare Energien tätig und dort im Vertrieb. Und ja, der Wahlkreis ist ja klar und meine Themen sind logischerweise dann auch die erneuerbaren Energien und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Michael Müller. Ich komme aus Schnepfenthal. Schnepfenthal ist ein Ortsteil von Waldershausen, direkt an der A4. Ich denke mal, die meisten werden das kennen. Und ich trete an für die SPD als Direktkandidat hier im Wahlkreis, im Kreis Gotha und bin Vater von drei Kindern. Beruflich habe ich Sozialversicherungsfachangestellter gelernt, habe bei der Krankenkasse gearbeitet, bin später in die private Versicherungswirtschaft gewechselt, habe dort nochmal meinen IHK-Abschluss gemacht als Versicherungsberater, hatte ein eigenes Versicherungsbüro, bin dann später in die Gemeinde Bad Tabatz gewechselt, habe dort verschiedene Projekte entwickelt im touristischen Bereich hauptsächlich und habe dort das TAPS, was vielleicht auch einige kennen werden, als Freizeit- und Gesundheitsbad aus der Insolvenz geführt. Also wir haben den Insolvenzplan erarbeitet und ich habe dann die Geschäftsleitung übernommen und praktisch den Insolvenzplan, den ich zuvor ausgearbeitet hatte, auch umgesetzt. Habe mir dann eine Auszeit genommen, bin ein bisschen Fahrrad gefahren durch die Welt bis nach Teheran. Das war eine sehr bewegende Zeit mit vielen Erfahrungen, die mein Denken sehr geprägt hat und sehr verändert hat auch. Und berate jetzt Unternehmen im touristischen Bereich zum Thema Digitalisierung, Automatisierung und auch Entwicklung von Produkten für den deutschen Markt, also für deutsche Touristen, also ausländische Produkte. Und ja, ich trete an, wie der Kollege von Ingrünen auch, weil mich der gesellschaftliche Zusammenhalt, so wie er sich momentan entwickelt, mir einfach missfällt, weil ich mit vielen Dingen unzufrieden bin, wie sich das entwickelt. Und ich denke, wir brauchen da eine Veränderung, wir brauchen wieder mehr Zusammenhalt. Und natürlich sind da viele Dinge, die da zu berücksichtigen sind, aber der wichtigste Punkt, denke ich mal, ist die soziale Sicherheit. Und ich denke, das wird heute Abend noch Thema sein, da werden wir noch drauf eingehen. Erstmal vielen Dank für die Einladung und schönen Abend. Da darf ich weitermachen. Danke, Schewanski, für die Unionsfraktion. 44 Jahre, ja, einen kleinen Sohn, verheiratet, komme hier aus Ilmenau, bin hier aufgewachsen, bin dann nach dem Abi nach Bayreuth und Mainz gegangen, habe erstes und zweites juristisches Staatsexamen gemacht, bin danach wieder zurückgekehrt hier nach Ilmenau und habe hier an der Technischen Universität Ilmenau Medienrecht gelehrt, war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl vom Professor Fechner, nebenbei seit 2006 zugelassener Rechtsanwalt. Und habe 2009 das Direktmandat errungen in den Deutschen Bundestag, vertrete seitdem unsere Region, also den Wahlkreis, den Landkreis Gotham und den Ilmkreis in Berlin. Ich bin, da ich natürlich Wissenschaftler bin, auch Mitglied im Bildungs- und Forschungsausschuss des Deutschen Bundestages seit 2009, ist mir natürlich die Wissenschafts- und Bildungspolitik immer ein entsprechendes Herzensanliegen. Wichtig ist für mich mit Blick auf die nächste Legislatur aber verstärkt nochmal die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung zu betonen, auch die berufliche Bildung nochmal ein ganzes Stück, möchte ich mal sagen, zu verbessern, weil wir natürlich erleben, dass sehr, sehr viele an die Hochschulen entsprechend strömen, was gut ist. Aber wir müssen auf der anderen Seite eben auch schauen, dass wir die berufliche Bildung entsprechend attraktiv gestalten. Der zweite wichtige Ausschuss, in dem ich in Berlin tätig bin, ist der Digitalausschuss, die digitale Agenda. Ich bin dort digitalpolitischer Sprecher meiner Fraktion. Das ist ja der jüngste Ausschuss des Parlaments, die gesamte Digitalpolitik, die sich da entsprechend entwickelt hat, aus einer Enquete-Kommission des Parlaments hervorgegangen, begleite also diese ganzen Digitalisierungsthemen. Und der dritte Ausschuss ist der Haushaltsausschuss, in dem ich tätig sein kann und dann auch ganz konkrete Mittel aus Berlin hier in den Wahlkreis zu lenken und zu verantworten. Das möchte ich gerne in Zukunft auch weiter tun. Und von daher bewerbe ich mich erneut um das Direktmandat in diesem schönen Wahlkreis. Ja, haben wir dann schon mal die Position vorgestellt. Mein Name ist Martin Wöllers. Ich stamme aus der Baby-Boomer-Generation. Das ist da, wo man so ganz viele Geschwister hatte, die jetzt demnächst alle in Rente gehen, wo es noch viele Probleme machen werden. Ich stamme vom Niederrhein ursprünglich, Wesels kurz vor der holländischen Grenze. Ich habe dann Volkswirtschaft und Energiewirtschaftslehre an der Universität zu Köln studiert, bin dann aber 1990 im Zuge der Wende in der Sozialwirtschaft gelandet, bin 1990 nach Arnstadt gezogen, von Köln nach Arnstadt war auch ein ziemlicher Kultursprung damals zu der Zeit. Sieht heute ein bisschen anders aus. Und bin auch eigentlich die ganzen 35 Jahre in der Sozialwirtschaft geblieben, in verschiedenen Unternehmen, verschiedenen Funktionen, größere und kleinere Unternehmen geleitet. Derzeit arbeite ich als Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe im Irmkreis e.V., die sich mit der Betreuung und Beratung von geistig behinderten und psychisch kranken Menschen beschäftigt. Insoweit sind meine Themen in der Regel eben die sozialen Themen, eher sowie auch energiewirtschaftliche Fragen und ordnungspolitische Fragen der Wirtschaft. Ich bin seit 2009 in der FDP, in verschiedenen Funktionen, seit einigen Jahren Kreisvorsitzender, in verschiedenen Landesfachausschüssen, in den entsprechenden Themen, die ich eben genannt habe und bewerbe mich das zweite Mal. Ich habe gerade überlegt, wann ich letztes Mal im Hörsaal gewesen bin. Das war ziemlich genau vor vier Jahren. Da war hier auch eine Veranstaltung zur Bundestagswahl. Und davor war es, glaube ich, schon eher über 30 Jahre. Ja, ich bin, werde ich seit 63, habe zwei Töchter, vier Enkelkinder mittlerweile und dürfte wahrscheinlich auch das letzte Mal mich um ein politisches Amt bewerben. Ja, dann ganz zum Schluss von mir auch einen schönen guten Abend. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Markus Bühl. Ich bin 44 Jahre alt, bin ein waschechter, gebürtiger Ilmenauer, in Ilmenau aufgewachsen, habe hier meine Berufsausbildung gemacht, gleich hier oberhalb am Ehrenberg zum Datenverarbeitungskauf. Man hat dort meine Fachhochschulreife bekommen und war in der Zeit damals auch viel hier im Rechenzentrum zugegen, der TU Ilmenau, weil es die Möglichkeit gab, über sogenannte Schüleraccounts sich damals Zugriff aufs Internet zu verschaffen. Und das Internet kenne ich seit der Pike auf, seit Anfang der 90er Jahre. Ich hatte ganz am Anfang sogar auch noch so ein Modem, so ein 14,4er Modem, wo ich da mit meinem Homecomputer im Internet aktiv war. Das hat damals noch viel Geld gekostet. Da war das natürlich sehr hilfreich, wenn man ins Rechenzentrum konnte und konnte sich dort für damalige Verhältnisse schon einen sehr schnellen Internetzugang verschaffen. Ich bin dann studieren gegangen, Informatik, aufgrund der Fachhochschulreife, nicht an der TU Ilmenau, sondern im Schwarzwald. Das war eine relativ spezielle Richtung, Medieninformatik, also so eine Mischung aus Gestaltung und Programmieren. Bin dann im Anschluss aus dem Schwarzwald in die Heimat zurückgekehrt, habe mich hier selbstständig gemacht in Ilmenau, bin bis 2017 in der Selbstständigkeit auch unterwegs gewesen mit über 100 Bestandskunden, habe dort Webshops entwickelt, Individuallösungen fürs iPad etc. Also so diese klassische Internetprogrammierung, PHP, MySQL etc. Im Bundestag, in dem ich seit 2017 sitze, bin ich allerdings weniger im Bereich Internet, neue Medien unterwegs. Warum ist das so? Ich habe mir im Haushaltsausschuss den Bereich innere Sicherheit als Schwerpunkt rausgesucht, weil ich hier ein riesengroßes Defizit sehe, wo wir ran müssen an das Thema. Wir haben seit 2015 verstärkt Riesenprobleme im Bereich innere Sicherheit, da müssen wir ran. Ich denke, das wird heute Abend auch nochmal thematisiert werden. Jetzt zur Einführung will ich es an der Stelle erstmal bewenden lassen. Vielleicht ganz kurz noch zu meiner Parteigeschichte. Ich war bis 2013 parteilos. Ich hatte mich politisch immer interessiert, war auch 1989 mit zwölf Jahren, so gerade politisch denkend bei unseren Herbstdemonstrationen hier in Ilmenau in der Altstadt dabei, in den 90er Jahren habe ich die Politik eigentlich als ganz gelungen empfunden und die Wiedervereinigung, da war ich ein ganz großer Fan davon. Aber 2013 war dann die Zeit gekommen, wo für mich keine Entscheidung mehr möglich war, zu sagen, welche von den etablierten Parteien kann man denn überhaupt noch wählen. Und das war der Tag, wo ich als Gründungsmitglied der AfD Thüringen dann auch aufgetreten bin und gesagt habe, wir machen jetzt mal was Neues. Wir bieten im wahrsten Sinne des Wortes eine Alternative zu den Altparteien. Vielen Dank. Ja gut, dann danke nochmal an alle Kandidierenden hier, dass Sie sich kurz vorgestellt haben, auch was Ihre Position angeht. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Themenblock und das ist BAföG. Und ich würde sagen, Herr Bühl, Sie dürfen beginnen. Aktuell ist es ja so, dass der Höchstsatz bei 861 Euro liegt und dennoch die Zahl der Studierenden, die diesen Betrag, also generell BAföG beziehen, sinken. Jetzt würde ich gerne wissen von Ihnen, sind Sie der Meinung, wir sollten das BAföG überarbeiten und inwiefern sollte das vollzogen werden? Ich weiß ja aus meiner, vielen Dank für die Frage, ich weiß ja aus meiner eigenen Studentenzeit, dass das Geld immer knapp ist. Das ist ja ganz klar. Ja, die Lebenshaltungskosten steigen. Wir müssen natürlich gucken, dass wir unseren Studenten hier unter die Arme greifen finanziell. Das kann in der Steigerung des BAföG sein. Aber wichtig ist auch, dass wir das Arbeitsumfeld, was sehr gelitten hat, gerade im Nebenjobbereich in den letzten anderthalb Jahren, dass wir hier gucken, dass da wieder Arbeitsplätze vorhanden sind. Ich spreche hier von Gastro, ich spreche von der Fitnessbranche, ich habe mich mit vielen mittelständischen Unternehmern unterhalten in den letzten Monaten und da sind viele Jobs auch für Studenten weggebrochen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man nebenbei, und ich kenne selber viele Studenten, die nebenbei arbeiten und sich Geld hinzuverdienen und die das auch gerne machen im Übrigen, dass da die Möglichkeit besteht, sich im Gastro-Bereich, im Fitnessbereich, in anderen Bereichen noch was dazu zu verdienen. Die auskömmlichere Ausstattung von Staats wegen, klar, natürlich. Da hätte ich jetzt direkt mal eine Nachfrage dazu. Also Sie legen jetzt eher den Fokus darauf, dass Studierende noch neben dem Studium arbeiten und sich dadurch ein höheres Gehalt verdienen und das gar nicht über das BAföG bekommen, mehr Geld? Das BAföG ist ein Grundstock. Normalerweise sollte es reichen, dass man auskömmlich studieren kann. Wer darüber hinaus Finanzbedarf hat, kann nebenbei arbeiten gehen. Ich habe das in meinem Studium auch gemacht. Ich hatte nebenbei mit einem Studienkollegen da schon eine kleine Firma am Laufen. Das kann man einrichten, das geht. Das sollte möglich sein. Wenn, sage ich mal, das nicht möglich ist vom Zeitumfang her, dann muss man natürlich gucken, dass man auf jeden Fall mit dem BAföG hinkommt. Okay, danke schön. Dann hätte ich direkt Frau Wanderer sozusagen jetzt die gleiche Frage gestellt. Vielen Dank. Also wir sind zum Glück als Linke da ganz andere Meinung. Also wir denken, Studierende müssen erstens mal ein existenzsicherndes BAföG haben. Und wir fordern in unserem Wahlprogramm ein elternunabhängiges BAföG. Das heißt, bisher ist es ja so, es wird immer geguckt, was die Eltern haben und ist dann die Familie in dem Sinne in der Lage, den Studierenden zu unterstützen. Wir sagen, nein, es muss jeder als Individuum betrachtet werden und es sollte ein elternunabhängiges BAföG geben. Genauso sollte dieses BAföG auch nicht rückzahlbar sein. Das ist im Prinzip Ihr Job, den Sie machen. Sie sitzen den Tag, sitzen Sie im Plenum hier, sage ich jetzt mal, es heißt nicht Plenum, aber ich nenne es jetzt mal so im Plenum und Sie sitzen dann zu Hause, machen das entsprechende Selbststudium. Und wer das ordentlich und auch in einer entsprechenden Zeit machen will, der hat gar nicht die Zeit, um dann nebenbei noch jobben zu gehen. Es kann nicht sein, dass die Jugendlichen dazu gezwungen sind, zu jobben, um ihre Wohnung zu bezahlen, um dann ein entsprechendes Auskommen zu haben. Wer das tatsächlich nebenbei dann noch machen möchte, wer so viel Zeit hat, dass er sagt, nee, ich mache das noch. Das ist dann eine ganz andere Sache. Aber wir möchten eben nicht, dass der junge Mensch dazu gezwungen ist. Es ist wie ein Job, den Sie machen. Und den bekommen Sie dann entsprechend vergütet. Und wenn Sie dann einen entsprechenden Abschluss haben, geben Sie ja auch an uns wieder, an den Staat wieder was zurück. Also es ist kein Geschenk. Vielen Dank. Herr Schimpanski, da hätte ich dann direkt die Frage an Sie weitergeleitet. Und zwar steht Ihre Partei ja nicht unbedingt für ein elternunabhängiges BAföG. Deswegen würde ich gerne wissen, ob Sie der Meinung sind, dass BAföG sollte überarbeitet werden und wenn ja, inwiefern? Okay, wir haben ja das BAföG jetzt jüngst, im August 2019, ja reformiert. Wir haben das weiterentwickelt. Wir kriegen ja jedes Jahr auch einen entsprechenden BAföG-Bericht. Von daher, ich bin dafür, dass es eine elternsabhängige Leistung bleibt. Wir geben jetzt als Bund seit 2019 noch mal 1,3 Milliarden Euro mehr für diese BAföG-Leistung aus. Den Förderhöchstsatz haben Sie genannt, den wir entsprechend angepasst haben. Es gibt noch mal Zuschläge für Wohnen, es gibt Zuschläge für die Kranken und für die Pflegeversicherung. Wir haben die Einkommensfreibeträge noch einmal angehoben. Wir haben die Freibeträge für anzurechnendes Vermögen angehoben. Wir haben die Familienfreundlichkeit des BAföGs ausgebaut, wenn Sie auf die Kinderbetreuungszuschläge schauen. Und wir haben die Rückzahlung des BAföGs auf 10.000 Euro gedeckelt, die Regelrate angepasst. Also ich denke, wir haben das klug weiterentwickelt und wir werden in den nächsten BAföG-Berichten schauen, ob diese Weiterentwicklung Früchte trägt oder ob das nicht der Fall ist. Bisher haben wir positive Rückmeldungen für diese Sozialleistung. Herr Schiepanski, dazu hätte ich gerade noch eine Nachfrage. Sie haben ja gerade erwähnt, das waren Ihre Worte, dass das BAföG klug überarbeitet wurde. Allerdings kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen und von dem, was meine Kommilitonen sagen, dass der Antragsweg doch eher langwierig und kompliziert ist. Und das sagen auch die Zahlen, dass die Leute, die BAföG beziehen, in den letzten Jahren stetig gesunken ist. Wie erklären Sie sich das? Also das Sinken liegt natürlich zum einen daran, dass wir eine deutliche Steigerung bei der Einkommensentwicklung hatten. Daher haben wir ja auch die Freibeträge entsprechend angepasst und wir werden sehen, was die Statistiken entsprechend ausweichen, weil die Statistik jetzt bildet natürlich noch nicht die BAföG-Reform von 2019 ab. Wo Sie recht haben, ist da die Antragstellung beim BAföG, das haben wir deutlich entschlackt. Insbesondere jetzt auch im Rahmen der Corona-Krise hatten wir ja das Modellprojekt BAföG digital gehabt, wo das schon deutliche Besserungen gegeben hat als im Vergleich zu vorher. Und Sie wissen auch, wir haben das Online-Zugangsgesetz auf den Weg gebracht. Kurz gesagt, das E-Government-Gesetz, wo natürlich auch der BAföG-Antrag in Zukunft ganz normal online gestellt werden kann. Das wurde angepasst, nutzerfreundlicher gestaltet. Also von daher aus diesem Modellprojekt, was man hatte zu Corona-Zeiten, ist jetzt der Regelbetrieb geworden. Von daher ist eine deutliche Vereinfachung, insbesondere mit Blick auch auf die Online-BAföG-Stellung, erfolgt. Alles klar, vielen Dank. Herr Ostermann, wie stehen Sie denn da zu dem Thema? Haben Sie vielleicht auch Gedanken dazu, ob es vielleicht Alternativen zum BAföG geben sollte? Also grundlegend ist das BAföG ja erstmal ein schönes Instrument in den letzten 50 Jahren gewesen. Aber die Zahlen zeigen ja, das ist doch eine relativ flache Kurve, also vielmehr eher eine Gerade, über die Nutzer des BAföG. Und wenn man dann die Anzahl der Studierenden sich anschaut, dann muss man sich ja fragen, warum wirkt das nicht? Beziehungsweise wie viele Studiengänge kann ich überhaupt noch in Regelstudienzeit realisieren, wenn ich nebenbei einfach noch Geld verdienen muss, um einen gewissen Lebensunterhalt oder einen gewissen Lebensstandard zu haben. Bei allen Zuschlägen hin oder her, Studieren kostet Geld. In der Regel ist es nicht so, dass man in der Stadt oder häufig ist es so, dass man nicht in der Stadt wohnt oder herkommt, wo man gerade studiert. Also auch hier in Ilmenau sind ja sehr viel Zugezogene und das bringt natürlich auch Druck in den Mietmarkt. Das heißt, irgendwo hier in Ilmenau wird sicherlich der Mietzins schon irgendwo bei 8 bis 10 Euro im Warmbereich liegen. Und das muss man sich halt auch erstmal als Studierender leisten können. Auf die Frage zum BAföG, wir als Bündnis 90 die Grünen wollen das BAföG gerne reformieren, dass es einerseits nicht mehr diesen Antragswust gibt mit allem, was ich noch dazu beantragen kann, was jetzt Kindergeld, BAföG, Wohnzuschlag oder ähnliches und das Ganze in eine Art Grundsicherung gießen. Die muss natürlich auch auskömmlich sein. Also diese 861, die es jetzt aktuell gibt, auch schön, dass es nicht komplett zurückgezahlt werden muss, aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Aber diese 861 mit allen Zuschlägen reichen halt doch nicht aus, sodass wir da sicherlich nochmal um die 20 Prozent obendrauf satteln müssen, damit es überhaupt vernünftig wird. Und ansonsten, wenn wir das Ganze mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, was auch wir im Grundsatzprogramm drinstehen haben, wenn wir das in diese Richtung lenken könnten, dann brauchen wir diese gesamte BAföG-Diskussion eigentlich nicht mehr stellen und öffnen noch viel, viel mehr Menschen diesen zweiten oder diesen zusätzlichen Bildungsweg und damit halt auch den Weg in letztlich eine Arbeit, mit der man auch eine ordentliche Rente hinterher rausbekommt. Ja, vielen Dank, Herr Ostermann. Herr Möller, hätten Sie dazu vielleicht noch eine Meinung oder Stellungnahme? Ja, die FDP hat einen ziemlich breiten Raum in ihrem Wahlprogramm zu Bildungsthemen generell. BAföG ist ein Thema davon. Wir sind auch ganz klar für ein völlig elternunerkennigendes BAföG. Das erspart auch die ganze Administration mit Nachweisen von Einkommen, Vermögen, was weiß ich. Das macht die Beantragung sehr, sehr viel einfacher. Unsere Vorstellungen gehen zu einem Sockelbetrag, ähnlich wie im Kindergeld, von 200 Euro. Zusätzlich gibt es für ehrenamtliches Engagement in unserem Wahlprogramm vorgesehen auch nochmal einen Zuschlag von 200 Euro. Und ansonsten sollte die Höhe, wie sie jetzt beschlossen ist, vergleichbar sein mit dem, was in der Grundsicherung oder bei Hartz IV gezahlt wird. Wir sind dafür, dass BAföG durchaus auch in bestimmten Grenzen zurückgezahlt werden sollte, wenn man dann ein entsprechendes Einkommen hat. Wenn man bestimmte Einkommensgrenzen überschreitet mit auch Erlassmöglichkeiten von 50 Prozent, wenn man das schneller zurückzahlt. Und daneben ist BAföG für uns auch in späteren Lebensphasen eine Möglichkeit, ein Studium nachzuholen, selbst wenn man schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Bis hin dahin, dass wir über das BAföG auch Meisterausbildung entsprechend analog fördern wollen. Vielen Dank. Herr Müller, hätten Sie dazu auch noch eine kurze Stellungnahme, was das BAföG angeht? Ja, natürlich sehr gerne. Also erstmal möchte ich anmerken, dass gestern vor 50 Jahren unter Willy Brandt das BAföG eingeführt wurde. Ist schon auf der einen Seite ein Grund zum Feiern, auf der anderen Seite, wenn man eben die Zahlen sieht, und Sie wissen das viel besser als ich, welche Probleme das BAföG momentan so mit sich bringt, dann weiß man, dass es dringend reformbedürftig ist und dass die Reform, die ja so zukunftsweisend gerade von meinem Nachbar angepriesen wurde, eben das nicht ist. Also es muss dringend eine Reform her, wir reden über lebenslanges Lernen, dann muss also die Altersgrenze weg. Ja, und wir wollen auch als SPD, dass die, dass sie, na Entschuldigung, ist der Faden weg. Ja, also, ja, die Altersgrenze muss weg und die, ja Entschuldigung, die Bürokratie natürlich bei der Antragstellung. Sie brauchen Planbarkeit und sollen sich auf ihr Studium konzentrieren und sich nicht mit Bürokratie beschäftigen. Und zur Planbarkeit gehört auch, dass Sie vor dem Studium oder die Studierenden, die neu beginnen, dass Sie planen können vor dem Studium, wie viel Geld bekomme ich. Es kann nicht sein, dass Sie nach drei Monaten dann erst den Bescheid bekommen und dann auch das Geld bekommen. Gerade in den ersten Studienmonaten haben Sie viele Ausgaben für Wohnungen und so weiter, Semesterticket und so weiter. Und das sind alles Dinge, die angepasst werden müssen. Und auch wir wollen wieder zurück zum Vollzuschuss. Das wird nicht gleich gehen. Aber ich denke, dass es dringend notwendig ist, damit das BAföG wieder greift und damit mehr Leute auch studieren können. Und das, was eben vor 50 Jahren das Ziel war, dass Eltern unabhängig, egal aus welchem Elternhaus ich komme, ein gutes Studium absolvieren kann, mich auf mein Studium konzentrieren kann. Das sollte wieder das Ziel sein und daran müssen wir arbeiten. Alles klar, vielen Dank dazu. Annika, was würdest du sagen, machen wir mit dem nächsten Thema weiter? Hätte ich vorgeschlagen. Also vielleicht haben Sie es ja auch schon alle mitbekommen, also wie wir hier alle hergekommen sind. Jeder musste sich hier einchecken, mit Maske anreisen. Und Sie dürfen auch nur auf dem grünen Punkt sitzen und nicht zusammen. Und dementsprechend kommen wir auch zum nächsten großen Thema. Corona, aktuell wie nie. Ja, viele Studierende haben sich, glaube ich, während der Pandemie sehr verlassen gefühlt. Also vorwiegend dadurch, dass sie eben im Online-Studium komplett alleine gelassen wurden, aber auch bei der finanziellen Unterstützung. Und jetzt würde ich gerne wissen, inwiefern man eine Rückkehr zur Präsenzlehre überhaupt übermöglichen kann, während diesen Zeiten. Möchte jemand freiwillig beginnen, sonst bestimme ich jemanden. Dann fange ich mal an. Also wir sind sehr glücklich als Linke darüber, dass der Minister Tiefensee ja im Prinzip in Aussicht gestellt hat, dass ab Oktober dann der, ich sage es jetzt mal, der Hochschulbetrieb in relativ normalen Bahnen, so sage ich das jetzt mal, wieder laufen soll und beginnen soll. Also das ist jedenfalls Ziel und Wunsch der Thüringer Landesregierung, dass sie dann also selbstverständlich eben auch wieder im Präsenzunterricht den Unterricht verfolgen können. Natürlich geht man davon aus, dass größere Veranstaltungen durchaus auch wieder online-mäßig gemacht werden. Also ich kann mir durchaus vorstellen, wenn jetzt der ganze Saal hier voll wäre, dass man dann sagt, naja, da ist dann doch nicht der Mindestabstand entsprechend eingehalten. Da müssen wir mal gucken, dass wir da auch online-mäßig. Aber wenn man beides vernünftig miteinander verbindet und dass auch die Studierenden in ihren Beratungsräumen miteinander arbeiten können, es ist ganz, ganz wichtig, denke ich, dass man wieder zusammenarbeiten kann, gemeinsam arbeiten kann. Natürlich kann niemand von uns in die Glaskugel schauen. Also was dann wirklich im Oktober, November, Dezember sein wird, das wird man dann sehen. Aber wir drücken wahnsinnig doll die Daumen, dass das auch alles so wieder passieren kann in dem Präsenzunterricht. Und wie wir hier reingekommen sind, wie Sie es eben schon selber sagten, wir konnten ja uns schon davon überzeugen, dass Sie also schon top vorbereitet sind. Also mit dem Scannen, man hat den Nachweis gezeigt und dann wurde das auf dem Handy nachgeguckt, ob das auch richtig ist. Das funktioniert ja bei Ihnen schon alles ganz toll. Und ich denke und hoffe ganz einfach auch, dass dann das alles ab Oktober wieder wirklich richtig erstmal losgehen kann. Ok, vielen Dank, Frau Wanderer. Sie haben jetzt in Aussicht gestellt, dass ein Hybrid-Semester in erster Linie denkbar ist. Herr Mölders, da möchte ich die Frage an Sie stellen. Wie sehen Sie einen Rückkehr in die Präsenzlehre? Ja, ich halte die für dringend notwendig. Nur von alleine wird es ja gar nicht passieren. Also wir leben ja seit anderthalb Jahren in einem Wust von permanenten Verordnungen, Anordnungen, Änderungen, Neuenordnungen. Mittlerweile weiß ja gar keiner mehr, was, wer, wann, wo, jetzt, wie noch machen kann. Und man hat aus meiner Sicht ja auch viel Zeit im Grunde vertrödelt oder den ganzen Sommer jetzt wieder. Jetzt auf einmal fängt die Schule an. Da wird wieder gesagt, na, jetzt müssen wir auf einmal wieder testen und Testpflicht einführen. Innerhalb von zwölf Stunden sollten wir dem Jugendamt Meldungen geben, wie viele Tests wir jetzt benötigen. Wir brauchen aber schon eine Woche, um die Einverständniserklärung einzuholen. Also das Ganze hat für mich ein bisschen wenig strategischen Hintergrund, was da passiert. Man muss irgendwann mal eine konsequente Linie fahren. Und die kann aus meiner Sicht noch heißen, dass man alles Mögliche tut, um, sagen wir mal, über eine ausufernde Teststrategie, egal ob jemand geimpft ist oder nicht geimpft ist oder genesen ist, das hat für mich kein Hand und Fuß, weil solange Geimpfte auch andere Menschen anstecken können und das Virus weitertragen können, In meine Wohnhäuser, sag ich mal, wo behinderte Menschen wohnen, da kommt niemand rein, ohne vorher einen Test zu machen. Also sie brauchen eine Strategie, sie müssen durchgängig testen. Und dann muss auch, sagen wir mal, eine Präsenzveranstaltung wieder möglich sein. Denn man unterschätzt völlig, glaube ich, welche Folgen diese soziale Isolation über eineinhalb Jahre für die Menschen hat. Und die Kollateralschäden, wenn man sie so bezeichnet hat, werden immer größer. Ich habe gestern so Auszüge in einer Studie gelesen aus Heidelberg vom Mai oder Juni diesen Jahres, wo zwischen 40 und 75 Prozent aller Studierenden, also die hat man speziell untersucht, unter psychischen Erkrankungen leiden nach dieser Studie. Kann man ein bisschen relativieren. Aber ich glaube, dass man alles tun sollte, um Präsenzveranstaltungen zu ermöglichen, weil die Schäden durch diese weitergehende Isolation immer größer werden. Okay, Herr Mölders, Sie haben jetzt gesagt, dass Sie eine, wie Sie formuliert haben, eine ausufernde Impfstrategie für nicht sinnvoll halten. Andererseits sagen Sie trotzdem, dass Präsenzveranstaltungen durch eine bestimmte Strategie wieder ermöglicht werden sollen. Wie sehen, was wären so mögliche Punkte für solch eine Strategie? Naja, die Strategie kann für mich nur Testen heißen. Also Impfen halte ich nach wie vor für eine freie Entscheidung, die man treffen kann oder nicht treffen kann und die jeder für sich selber entscheiden muss. Also recht auf körperliche Unversehrtheit steht da bei mir. Einen Schnelltest halte ich für wesentlich weniger invasiv. Den kann ich jedem zumuten. sag ich mal einfach so. Und vor dem Hintergrund halte ich es für fatal, dass am 11. Oktober auch die Kostenfreiheit für die Test wegfallen soll. Ich halte das für völlig kontraproduktiv. Und meine Auffassung wäre, vor größeren Veranstaltungen, wo mehr Menschen zusammenkommen, wird getestet und fertig. Gut, vielen Dank. Herr Müller, Sie wollten eben, glaube ich, auch noch etwas sagen. Vielleicht auch, was dann eine gewisse Strategie angeht, wenn Sie die Präsenzlehre wieder ermöglichen wollen. Ja, die Präsenzlehre, und das haben alle gespürt, ist unbedingt notwendig. Und wir sollten alles dafür tun, dass das auch durchgeführt wird. Ich finde die Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden, auch hier von der TU Ilmenau, sehr gut. Also die 3G-Regel. Und es muss natürlich dann geschaut werden, wie ist es auch tatsächlich in der Praxis umsetzbar, das Ganze. Dass eben das auch kontrolliert werden kann. Nichtsdestotrotz sollte auch geschaut werden, dass die Impfquote natürlich relativ hoch ist. Es gibt Zahlen, glaube ich, jetzt aus Bremen. Da ist man bei 87 Prozent an den Hochschulen. Die Erhebung für Thüringen gibt es jetzt noch nicht. Aber es wird auch Impfungen an den Hochschulen geben, soweit ich weiß. Und ich denke, das ist ein guter Schritt. Man kann, glaube ich, einfach bei so einer Pandemie, weil es auch die Rede war, von konsequenter Strategie. Jein. Also man muss einfach schauen, wie entwickelt sich das Ganze. Wir wissen nicht, was morgen wieder für eine Variante erscheint. Und wir müssen einfach dann individuell entscheiden. Und meiner Meinung nach sollten das die Einrichtungen auch wieder mehr autonom tun können, weil sie die Einrichtungen am besten kennen. Die Hochschule, das Pflegeheim und so weiter. Und dann die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Das Testen sollte ja auch beibehalten werden, wenn die Zahlen wieder steigen und meiner Meinung nach auch für Geimpfte. Weil, wie gesagt, solange Geimpfte ansteckend sind, ist die Gefahr bei Geimpften sogar höher, weil sie eben, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, ich bin auch geimpft. Und man geht doch etwas laxer einfach damit um, dann mit den Abstandsregeln und so weiter. Und ich denke, dass das Testen da eine gute Möglichkeit ist, dann wieder die Ansteckung zu verhindern oder die Infektion frühzeitig zu erkennen. Vielen Dank. Herr Bühl, möchten Sie fortfahren? Sehr gerne. Um es kurz zu machen, Wiederaufnahme des Normalbetriebes. Die Universitäten waren nie nachweislich Infektionshärte oder große Orte des Geschehens, des Infektionsgeschehens hier an der Stelle. Und der Herr Mölders hat es ja schon ausgeführt, die Schäden, auf die wir hier zurückblicken an der Stelle, die sind katastrophal. Wir hatten im Übrigen letztes Jahr im Frühjahr im Bundestag den Antrag gestellt, sämtliche beschlossene Maßnahmen nach vier Wochen auf den Prüfstand zu stellen. Das ist leider von der Koalition abgelehnt worden. Das wäre unserer Meinung nach eine sehr gute Maßnahme gewesen, um einfach zu schauen, ist denn diese Holzhammer-Methode, die seit Frühjahr letzten Jahres angewendet wird, tatsächlich notwendig? Hier muss man wirklich in regelmäßigen Abständen kontrollieren. Vor allem muss sich auch das Parlament damit beschäftigen. Und nicht die Frau Merkel und die Ministerpräsidenten hier abgekoppelt, hier willkürliche Maßnahmen erlassen. Das hat so nicht funktioniert. Hinterher ist man immer schlauer, ist ganz klar. Aber unser Plan war ja auch, regelmäßig nachzufragen und zu überprüfen. Und dann hätte man sehr akzentuiert, zielgenau jeden Monat reagieren können. Das ist leider nicht passiert. Und jetzt haben wir die Schäden, wie wir sie haben. Herr Bühl, Sie meinten gerade, dass Sie für einen Rückkehr in den Normalbetrieb plädieren. Richtig. Wie möchten Sie dann sicherstellen, dass die Gesundheit aller Beteiligten, also der Studierenden, der Professorinnen und Professoren und auch der Mitarbeiter gewährleistet ist? Man kann ja vor Ort, Sie haben das ja mit diesem Regelsystem, führen Sie das ja sehr genau vor hier, darauf achten, dass kein Infektionsgeschehen entsteht. Das kann man ja tun vor Ort bei dem Normalbetrieb. An anderen Stellen wird das auch schon demonstriert, dass das geht. Da gibt es die Möglichkeit, mit Masken zu arbeiten. Da gibt es die Möglichkeit, an bestimmten Stellen mit Plexiglasscheiben und so weiter zu arbeiten. Also man kann hier entsprechende Vorkehrungen treffen. Der Normalbetrieb, der Präsenzunterricht ist immer noch das Sinnvollste an der Stelle unserer Meinung nach. Gut, Herr Schipanski, möchten Sie auch kurz Ihre Stellungnahme hierzu äußern? Ja, das mache ich gerne. Also ich will erst mal sagen, dass wir hier nicht mit Holzhammer-Methode arbeiten, sondern wirklich eine Corona-Politik mit Augenmaß machen, dass das Parlament selbstverständlich mitredet. Ich weiß nicht, Herr Bühl, ob Sie bei den Debatten nicht dabei waren. Wir haben mehrmals im Parlament über die pandemische Lage beschlossen. Wir haben diskutiert. Wir haben das Infektionsschutzgesetz angepasst. Wir haben genau der Regierung die Maßnahmen an die Hand gegeben, um zielgerichtet in der entsprechenden Situation auch reagieren zu können. Von daher wollte ich zumindest den Anfang nutzen, um das mal richtig zu stellen, dass wir uns selbstverständlich damit beschäftigen. Richtig ist, dass die Fragestellung natürlich die Landespolitik betrifft, weil nach Grundgesetz hier die Länder zuständig sind. Daher haben wir auch diese Runden in Berlin bei der Bundeskanzlerin, die eben versucht hat, möglichst auch ein einheitliches Vorgehen bei diesen Bundesländern dahin zu bekommen. Manchmal mit Erfolg, manchmal nicht erfolgreich. Das ist auch eine Lehre für uns, was wir jetzt im Wahlprogramm sagen, dass wir eine Föderalismusreform brauchen, insbesondere auch mit Blick auf solche weltweiten oder nationalen Pandemien, dass es da möglich sein muss, dass auch der Bund ein entsprechendes Mitspracherecht hat und das nicht nur bei den Ländern letztlich zu entscheiden ist oder gar dann runtergebrochen wird bis zum Landkreis. Was die Thüringer Landesregierung angeht, hat, glaube ich, Frau Wanderer ja schon die Sichtweise dargestellt, was der entsprechende Minister hier in Thüringen vorhat. Ich finde es wichtig, dass man sich an die AHA-Regeln hält, die 3G-Regeln entsprechend beachtet und sich daran hält. Und wenn dann eben Präsenzlehre so möglich ist unter Beachtung dieser 3G-Regeln, dann sollte man das auch so machen. Ich möchte zudem festhalten, dass der Online-Unterricht, so will ich es mal nennen, die Online-Vorlesungen, die Übungen an den Hochschulen deutschlandweit viel besser geklappt haben, als wir das bei den Schulen erleben. Bei den Schulen haben wir ja nochmal deutlich als Bund da auch nochmal nachgelegt. Wir haben auch nochmal Bundesmittel, insbesondere für Digitalisierung für die Hochschulen zur Verfügung gestellt, um das auch nochmal zu optimieren, aber die Hochschulen waren auf diese Umstellung jetzt in digitaler Lehre wesentlich besser vorbereitet, als wir das bei den Schulen erlebt haben. Natürlich ist es anstrengender für beide Seiten. Meine Schwester ist Professorin. Ich habe das dann erlebt, wenn die Studierenden dann ihre Bildschirme ausmachen und man sitzt dann vor einem Bildschirm und spricht praktisch auch als Professor dann auf einem Bildschirm mit lauter schwarzen Flecken. Das war für keine Seite, weder für Profs und wissenschaftliche Mitarbeiter, wie auch für Studierende eine einfache Situation. Ich finde aber trotzdem, wir haben das gemeinsam, auch die Universitäten und die Fachhochschulen wirklich gut in den Griff bekommen und sind meilenweit besser, als wir das bei den Schulen gesehen haben. Daher ist auch eine Lehre daraus, dass wir jetzt auch als Bund uns stärker nochmal mit dem Thema Schulen und digitales Lernen dort beschäftigen müssen, weil ich finde, wir haben ja insbesondere auch durch den Digitalpakt Lehre, den wir ja auch nochmal verlängert haben, da auch nochmal ganz fokussiert geschaut, welche digitalen Weiterbildungsangebote sowohl für die Lehrkräfte gibt es, wie auch Formate, wie ich entsprechend auch so unterrichten kann. Vielen Dank. Zum Thema digitale Lehre kommen wir gleich nochmal. Herr Müller, Sie wollten noch etwas? Es war auch zum Thema digitale Lehre, dann machen wir das später. Okay, dann würde ich noch kurz die Meinung von Herrn Ostermann hören und dann würden wir weitermachen mit dem Thema digitale Lehre. Ja, danke. Ist ja schon sehr, sehr viel gesagt worden. Was die Rückführung oder das Zurückkommen in den reinen Präsenzunterricht angeht, das würde ich den Studierenden selber belassen. Ich glaube, es gibt hier einige von Ihnen, die sagen, boah, dieses Zuhause irgendwie vom Sofa oder vom Bett aus mit dem Laptop, das kann schon mal ganz angenehm sein. Vor der Pandemie wurden sicherlich nur die Hauptstudienfächer in irgendeiner Art und Weise gestreamt. Anwesenheitspflicht gibt es außer dem Blockunterricht sowieso nicht. Von daher wäre es schön, wenn man die guten Dinge, die sich daraus ergeben haben, einfach auch ein Stück weit beibehält. Also, dass jeder Studierende die Möglichkeit hat zu entscheiden, gehe ich hin, gehe ich nicht hin. Und das kann man dann auch mit seiner persönlichen Risikoeinschätzung wieder übereinbringen, weil es gibt ja dann doch vielleicht den ein oder die andere, die sich einfach aufgrund von Vorerkrankungen nicht impfen lassen kann oder aus irgendeinem Grund nicht möchte. Natürlich kann man nur dazu aufrufen, dass hier im optimalen Fall eine A2G-Regelung kommt, also genesen oder geimpft, wobei das natürlich mit der Freiheit nicht ganz so übereinzubringen ist, aber das müssen Sie dann halt selber entscheiden, ob das jetzt vielleicht in Kleingruppen, wenn ich jetzt also gerade hier in der Technischen Universität, wenn ich in Laboren arbeite, dass dann halt die Partner doch eher sicher sein sollten, dass da keiner in irgendeiner Art und Weise sich vorher infiziert hat. Also die Sicherheit geht vor und das Aufrechterhalten des Studienbetriebs ist, glaube ich, an erster Stelle zu sehen und nicht, dass hinterher wieder alle von zu Hause aus studieren müssen. Ich finde, da haben Sie gerade einen sehr interessanten Punkt auf den Tisch gebracht. Sie sagen, dass vielleicht nicht alles zurück wieder so durchgeführt werden sollte, wie es vor der Pandemie war. Vielleicht nochmal eine Frage in die Runde. Was sind Ihrer Meinung nach die Elemente aus den Online-Semestern, die wir jetzt hatten, die man nach der Pandemie in einem Präsenzunterricht vielleicht weiterhin nutzen sollte? Also die digitalen Medien als Beispiel. Ja, also man sollte auf jeden Fall die Erfahrungen, die man jetzt gemacht hat in der Zeit, nutzen für die Zukunft. Und da hat ja die digitale Lehre jetzt einen extremen Schub einfach auch genommen. Und es gibt ja auch das E-Teach-Netzwerk in Thüringen seit 2016, also die Kooperation der Hochschulen, die das entwickeln und auch Möglichkeiten der digitalen Lehre entwickeln, wo die Hochschulen zusammenarbeiten. Ich finde, es sollte auch die Wirtschaft hier mit ins Boot genommen werden. Ich mache meine Weiterbildung, soweit ich mich zurückerinnere, ich denke, seit 2005 ungefähr, sehr viel online. Und es ist in der Wirtschaft üblich, das online zu machen. Und hier ist auch vor Ort CSI ein Anbieter, die sich auch darauf spezialisiert haben. Und ich würde mir da mehr Kooperation auch mit der Wirtschaft nutzen, weil einfach da auch die Erfahrungen da sind. Und es gibt da ganz vielfältige Möglichkeiten, also dass man einfach Online-Vorlesungen einstellt. Das hat den Vorteil, dass ich mir die Zeit besser einteilen kann. Ich kann auch nochmal zurückspulen, wenn ich es nicht verstanden habe oder mir mehrfach anschauen. Und man trifft sich in Präsenz erst mal nur noch zum Austausch und zum Fragestellen, wo ich dann natürlich auch mehr Zeit hätte für diese Fragen und intensiver in das Thema einsteigen kann. Wenn ich die Vorlesung mir vorher schon angeschaut habe und ich kann die Zeit der Professoren auch wesentlich besser nutzen. Also ich denke, es gibt da sehr viele Möglichkeiten, bis hin eben, dass ich auch eine Vernetzung auch der Wissenschaftszweige mehr nutzen kann, weil eben ich auch einen Professor mir meine Vorlesung von einem Professor anschauen kann, der eben nicht hier an der Uni ist, aber digital dann die Vorlesung zur Verfügung bekomme. Also ich denke, dass das Netzwerk ein guter Anfang ist und man sollte da wirklich weiter daran arbeiten und da die Möglichkeiten nutzen. Herr Stipanski, wie sind Ihre Gedanken dazu? Genau, ich würde es gar nicht so lang machen, sondern sagen, die Lernmittel, die wir jetzt kennengelernt haben in der Corona-Krise, die digitalen und die Lernformate, kann man ergänzend ganz normal weiterlaufen lassen. Das muss man dann mit den Studierenden und auch den Lehrenden einfach abstimmen. Mir ist es wichtig, dass das nicht ersetzt wird. Das haben wir jetzt in der Corona-Krise erlebt. Präsenz sollte noch das Primat sein. Ich fand das auch gut, dass viele Hochschulen wirklich differenziert reagiert haben. Die haben ja die Erstsemester, damit die sich kennenlernen, damit ich Teams bilden kann, ja reingelassen in die Hochschulen, die älteren Semester dann mehr auf digital umgestellt. Und ich finde, eine kluge Ergänzung, ein kluger Mix, das sollten wir uns auch in Zukunft beibehalten. Alles klar. Hat sonst von Ihnen jemand noch Anmerkungen dazu? Ja, vielleicht ganz kurz. Ich glaube, es trifft ja alle Lebensbereiche. Es wird nie wieder so sein, wie es vorher war. Und wir haben sehr wohl auch den Nutzen von digitalen Besprechungen, Konferenzen, Fort- und Weiterbildung erlebt. Es ist einfach zeitökonomischer. Es belastet die Umwelt auch weniger, wenn man nicht hinfahren muss. Man kann auch an drei oder vier Konferenzen an einem Tag teilnehmen. Das schafft man sonst nicht, wenn man da hinfahren muss. Und die FDP hat in ihrem Programm auch einen ganz spezifischen Vorschlag, auch zu digitalem Lernen. Nämlich da, wo es um Spezialisten geht, wo man auch einfach nur dann teilnehmen kann, wenn es denn online geht. Und gerade das bei europäischen Studiengängen, wo aus verschiedenen Ländern gleichzeitig an Veranstaltungen teilgenommen werden kann, das werden sie präsenzlich hinkriegen. Wir haben allerdings ja in den letzten anderthalb Jahren auch gemerkt, wo es dann eben an den Voraussetzungen in Deutschland noch ganz schön hapert. Und da müssen wir auch kräftig nachlegen. Herr Müller, Sie haben noch eine Anmerkung dazu. Ja, einen kleinen Punkt noch. Dieses digitale Vorlesung, das kann ja so und so sein. Da gibt es dann den einen Prof, der liest dann quasi nur vor, was er allen über die PowerPoint-Präsentation zeigt. Und dann gibt es die anderen, die haben hinter sich einen Whiteboard und beschreiben das. Oder andere, die benutzen die Whiteboard-Funktion von der Videokonferenz. Ich glaube, es wäre hilfreich, wenn man dort mal so einen gewissen Standard einführt. Das natürlich auch, was die Weiterbildung der Professoren, der Lehrenden angeht, als auch im Studium, vor allen Dingen auch in der Schule, weil dort sehe ich das bei meiner großen Tochter auch, dass das mal so, mal so gehandhabt wird. Da wird irgendwie mal eine Umfrage reingeschmissen, um zu gucken, wie viele überhaupt noch aktiv zuhören. Da gehen aber relativ schnell die WhatsApp-Nachrichten rum, dass man dann also schnell mal draufklickt. Also da ist noch Luft nach oben. Das möchte ich noch dazu sagen. Gut, vielen Dank, Herr Ostermann. Herr Bühl, Sie hatten, glaube ich, noch eine... Ja, vielleicht als kleine Erwiderung auf den Herrn Schipanski, der mich fragte, ob ich in den Debatten anwesend war. Ich war zu 100 Prozent anwesend seit 2017, kein Fehltag im Bundestag. Okay, Herr Bühl, das hat mir leider nichts mit dem Thema zu tun. Ganz kurz noch vielleicht erklärend, der Inzidenzwert ist ja lange Zeit verwendet worden. Jetzt kehrt man sich Gott sei Dank davon ab, als der ultimative Wert, um Maßnahmen zu beschließen. Und das ist ein rein politischer Wert. Der hat ja kaum einen medizinischen Hintergrund. Das war die Maßgabe, mit der die Bundesregierung dann im Anschlussvorgang ist. Ja, wir waren jetzt gerade bei dem Thema Rückkehr in die Präsenzlehre und inwiefern man auch aus der Online-Lehre lernen kann. Vielleicht, Frau Wanderer, hätten Sie dazu noch eine Anmerkung? Und dann würde ich auch sagen, gehen wir in den nächsten Themenblock über. Nein, welche Lehren wir aus dem Online-Betrieb hier an der Universität sehen können? Ja, also was für mich, denke ich, ganz wichtig ist, ist, dass wirklich die Studierenden das auch selber entscheiden. Dass geguckt wird, was war gut, was wollen wir so erhalten, was in der Zeit der Corona-Pandemie war und was wollen wir wieder verändern. Also es ist ganz wichtig, denke ich, dass Sie selber gucken, wie Sie das auch gern haben möchten, wie es natürlich gesundheitlich möglich ist und so weiter entsprechend der Pandemie. Das ist ganz klar und unter Beachtung der entsprechenden Hygienevorschriften. Aber die Entscheider sollten Sie gemeinsam sein, auch natürlich mit Ihren entsprechenden Pädagogen. Sie sagen jetzt, dass wir als Studierende das entscheiden sollen. Wie genau stellen Sie sich dann vor, wie soll im richtigen Betrieb dann, soll dann grundsätzlich alles parallel laufen? Oder sagen Sie, dass wir Studierenden abstimmen sollen, was jetzt von den beiden Wegen gewählt wird? Ja, ich denke mal, Sie sind ja ein Studierendenrat und da werden Sie sich ja auch zusammensetzen und werden ja garantiert Ihre Studierenden, Kolleginnen und Kollegen befragen, was sie anders haben möchten, was geändert werden soll, was beibehalten soll. Das denke ich dann schon mal, werden Sie ja in regelmäßigen Sitzungen auch machen und sicherlich auch mal bei den Professoren nachfragen, wie sieht das aus, wie könnten wir das machen, was ist besser gewesen und was soll so beibehalten werden und was soll wieder geändert werden? Alles klar, vielen Dank. und von unserer, da muss ich mal kurz auf meine Notizen schauen und zwar möchten wir jetzt fortfahren mit dem Thema Digitalisierung und da möchten wir eine eher allgemeine Frage in den Raum stellen. Wie sehen Sie, wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf beim Thema Digitalisierung? Herr Müller, möchten Sie den Anfang machen? Ja, also beim Thema Digitalisierung, wissen Sie, wenn man durch den Nordirak fährt mit einem Fahrrad und einen besseren Empfang hat als in Brandenburg, dann ist das einfach mal beschämend für ein Industrieland wie Deutschland. Und wir haben da extrem Nachholbedarf, also beim Breitbandausbau, das haben auch viele Kommunen leider verschlafen und eben auch beim Mobilfunknetz, das kriegt jeder mit. Ja, ich habe gestern mit einem Kollegen telefoniert, da war dreimal das Gespräch abgebrochen und das können wir uns einfach nicht leisten. Ja, wenn wir wirklich auch das autonome Fahren wollen, die autonome Buslinien, jetzt fährt hier die erste automatisierte Buslinie zumindest hier in Ilmenau, das bietet ja einfach Chancen für mehr Möglichkeiten, auch den ländlichen Raum, zu dem ja auch Ilmenau gehört, anzubinden, dann brauchen wir ein starkes 5G-Netz und auch das dürfen wir nicht wieder verschlafen. Ja, also wir brauchen da ganz dringend diese schon lange versprochene Digitalisierungsinitiative und müssen endlich wieder Vorreiter sein auf der Welt, was die Digitalisierung angeht. Und das heißt ja nicht nur die technischen Voraussetzungen, sondern auch den Menschen das nahe zu bringen. Also es bringt uns nichts, wir haben super Infrastruktur und die Menschen können nicht damit umgehen. Ja, und so muss ich natürlich auch, die jüngere Generation hat das oft schneller drauf. Meine Kinder, die zeigen mir dann auch mal was, wie es geht. Aber wir müssen auch die ältere Generation mitnehmen, weil sie sonst natürlich völlig ablocken und sagen, okay, ich komme da mir nicht klar, ich lasse es sein. Ja, also wir haben da ganz viel nachzuholen und müssen das jetzt endlich anpacken und dürfen da keine Zeit weiter verlieren. Herr Müller, Sie sagten jetzt, dass vor allem der Breitbandausbau fokussiert werden sollte. Wie können Sie persönlich dazu beitragen, dass das auch, wie können Sie aktiv dazu beitragen, dass das auch der Fall ist, die nächste Zeit? Ja, also es liegt ja jetzt, es ist viel Geld da für den Breitbandausbau. Das Problem ist die Umsetzung in den Kommunen. Thüringen hat da jetzt viel gemacht, sodass das Land da auch unterstützt, den Breitbandausbau nach vorne zu treiben, sodass nach und nach jetzt auch die ländlichen Bereiche angebunden werden. Ich denke, da ist jetzt Hauptauchenmerk in den Kommunen zu legen, dass das jetzt nach vorne geht. Alles klar, vielen Dank. Herr Bühl, wie stehen Sie dazu? Was könnte in der Digitalisierung noch verbessert werden? Vielen Dank. Ich bin gerade etwas erstaunt über die Aussagen von Herrn Müller, weil die SPD ist ja seit vielen Jahren in Regierungsbeteiligung und hätte ja die Möglichkeit gehabt, den Breitbandausbau voranzubringen. Wir haben einen Verkehrsminister, der seit vielen Jahren verspricht, den Breitbandausbau voranzubringen. Das Ziel ist mehrfach verschoben worden. Jetzt soll ein Gigabit erreicht werden bis zum Ende dieser Legislatur. Die ist bald rum, das dauert nicht mehr lange. Ich sehe den nicht, den Breitbandausbau. Die Bundesregierung hätte einfach mal ein paar Jahre eher anfangen müssen. Wenn wir uns mal im europäischen Ausland angucken, viel kleinere Länder, wirtschaftlich nicht so starke Länder wie Deutschland, guck mal nach Estland, die haben das irgendwie geschafft, in den letzten 10, 15, 20 Jahren wesentlich schneller zu sein als wir. Am Geld kann es nicht gelegen haben. Die Steuereinnahmen sind gesprudelt. Wir haben das höchste Steueraufkommen weltweit. Die Bundesregierung war hier an der Stelle inaktiv und hat geschlafen. Ist dann später gekommen und hat viel Geld reingepackt. Aber dass im kommunalen Bereich das Ganze natürlich auch erst mal umgesetzt werden muss, dass man erst mal einen Graben ziehen muss, wo ein Kabel reinkommt, dass der ein oder andere Bürgermeister sich bei der Antragstellung vielleicht etwas schwer tut, weil es einfach viele, viele Zettel sind, die da auszufüllen sind. Das hätte man ja vorher auch wissen können und müssen. Also hätte man einfach eher einsteigen müssen in diesen Ausbau und jetzt liegen wir irgendwo im unteren Mittelfeld europaweit, weltweit betrachtet. Und das ist einfach ein Armutszeugnis für diese Bundesregierung. Und die SPD ist da auch dabei. Dazu möchte ich kurz was anmerken. Fragen bitte zum Schluss. Einerseits, Herr Müller, würde ich Sie bitten, darauf direkt zu reagieren. Und im Anschluss, Herr Bühl, würde ich Sie bitten, auch Stellungnahme zur Frage zu nehmen, die ich Ihnen gestellt habe. Ja, der Herr Scheuer ist nicht in der SPD. Aber in der Regierung. Gut, damit haben wir, glaube ich, die Frage jetzt abgeschlossen. Herr Scheuer gehört nicht zur SPD, sondern zur Union. Und ja, Herr Bühl, ich gebe Ihnen jetzt noch einmal die Chance, auf den konkreten Verbesserungsbedarf bezüglich der Digitalisierung in Deutschland einzugehen. Und sonst würde ich Herrn Schimpanski weitergeben. Ja, genau. Wir müssen schauen, dass wir unser Breitbandnetz so wie geplant ausgebaut bekommen, das schnellstmöglich, dass wir hier an die Weltspitze aufschließen, was schnelles Internet in Deutschland betrifft. Und ich meine, das dürfte sogar unter den Fraktionen Konsens sein. Also mir ist jetzt keine Fraktion bekannt, die sagen würde, nee, das reicht so. Oder wir brauchen langsames Internet ist jetzt nicht so ein ganz strittiges Thema an der Stelle. Ich glaube, da ziehen wir ausnahmsweise alle an einem Strang. Und Herr Bühl, wie stellen Sie sich das genau vor, dass wir diesen Breitbandausbau auch realisieren können in der gegebenen Zeit? Es ist jetzt auf den Weg gebracht. Man kann das Ganze beschleunigen, indem man zum Beispiel Verfahren vereinfacht. Ich habe ein Gespräch vor kurzem gehabt mit einem Bürgermeister, der darüber klagte, dass es kompliziert ist. Wir müssen auch gucken, dass wir vor Ort die Antennen schärfen, sage ich mal. Es gibt natürlich auch Bürgermeister, die haben jetzt noch nicht so das Verständnis dafür entwickelt. Da kann man unterstützen, indem man entsprechende Schulungen anbietet, indem man mal vor Ort Dinge erklärt. Ja, natürlich muss entbürokratisiert werden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Aber das zieht sich eigentlich querby durch. Das klagen auch die Unternehmer ihr Leid über die hohe Bürokratie. Sie haben es ja vorhin auch ausgeführt beim Thema BAföG. Also das sind so ein paar Punkte. Beschleunigen beim Ausbau jetzt endlich. Das war das Ziel erreichen mit dem 1 Gigabyte. Entbürokratisierung an der Stelle. Geld steht einigermaßen ausreichend zur Verfügung. Man kann natürlich noch ein bisschen was obendrauf geben. Gut, vielen Dank. Herr Schipanski, wo sehen Sie noch aktuell Verbesserungsbedarf? Jetzt muss ich anfangen zu sagen, der Andi Scheuer ist auch nicht in der CDU. Der ist ja in der CSU. Aber wir wollen jetzt den schwarzen Peter hier nicht weiter. Ich glaube, der Herr Müller hat das ja richtig dargestellt. Wenn wir beim Thema Breitbandausbau kurz einsteigen. Es ist Sache der Kommunen und wie die Bürgermeister und die Landräte da die Priorität gesetzt haben. Wir haben beide festgestellt, in den Landkreisen, jetzt auch im Wahlkreis, ist das sehr unterschiedlich der Fall. Wir haben in Gotha einen Landrat von der SPD, der extra das Wahlprogramm geschrieben hat und gesagt hat, hier, er will da deutliche Verbesserungen machen. Wir haben am Mittwoch nächste Woche dann hier an der Goethe-Schule in Ilmenau den ersten Spatenstich mit dem Weißen-Flecken-Programm, was nämlich der Bund aufgelegt hat, um weiße Flecken im Breitbandausbau entsprechend zu schließen. Der Ilmenkreis hat hier seinen Antrag gestellt, hat die entsprechende Förderung bekommen und macht das jetzt. Und wer jetzt sagt, dem Ilmenau wird nicht ausgebaut, dem muss ich ganz hart widersprechen, weil wir natürlich sehen, wie viele, wir sind jetzt vier Unternehmen, die hier parallel die Straßen aufreißen. Ich glaube, da sieht man, dass diese ganzen Breitbandförderprogramme richtig ankommen, dass wir genug Geld da haben, das will ich auch ausdrücklich sagen. Wir haben mit der Novelle des Telekommunikationsgesetzes, die Studenten von Mann-Fechner wissen dann auch, welches Gesetz das ist, das entsprechend nochmal entschlackt, weil es gesagt wurde, zu viel Bürokratisierung, zu viel Unsicherheit für den Bürgermeister. Das haben wir also alles bereits in dieser Legislatur noch einmal angepasst, damit diese Förderprogramme laufen. Aber wenn ich sehe, dieses Programm Schule ans Netz, gibt es seit 15 Jahren, gibt der Bund dafür Geld. Und das ist die Frage, welche Kommune ruft dieses Geld letztlich ab? Und wir haben es in der Corona-Pandemie erlebt, dass eben insbesondere auch in Thüringen viele Kommunen diese Gelder nicht abgerufen haben und somit die Schulen nicht am Netz dran sind und wir dieses Desaster da erleben mussten. Das ist etwas, was wir bei den Universitäten beispielsweise eben ausdrücklich nicht hatten. Wir haben also verschiedenste Sonderprogramme, jetzt ob weiße Flecken, ob graue Flecken für Gewerbegebiete, für Schulen, Krankenhäuser, Verwaltungen. Das liegt jetzt wirklich an denen, die zuständig sind und das sind die Kommunen, das entsprechend abzurufen und umzusetzen. Wir haben genug Baukapazitäten. Ich habe hier mit der entsprechenden Firma, mit dem Preko, auch hier in Ilmenau nochmal gesprochen. Also ich glaube, da sind wir wirklich auf einem guten Weg. Mobilfunk wurde angesprochen, hier auch. Wir haben jetzt eine Mobilfunk-Infrastrukturgesellschaft noch einmal gegründet, um da Masten aufzustellen, wo sich keiner findet, wo er sagt, das ist nicht wirtschaftlich genug. Wir haben eingeführt, dass sich die Unternehmen sowohl die Kabel bei Breitband als auch die Masten bei Mobilfunk teilen müssen. Ein verbindliches Sharing hat sich die Telekom im Übrigen ganz, ganz lange und hart gewährt. Das war also in diesem Punkt nicht einfach gewesen. Mir ist es wichtig, wenn wir jetzt blicken, vielleicht kann man noch mal, das möchte ich noch erwähnen, weil Ilmenau da wirklich Vorreiter ist. Wir sind hier 5G-Modellregion geworden, wo das entsprechend nochmal erforscht wird. Wir haben in der Uni jetzt einen Schwerpunkt schon für den nächsten Standard 6G. Daniel Schultheist, der Oberbürgermeister hier ebenfalls ganz aktiv beworben, kommt ja hier auch aus der Uni Smart City Programm des Bundes, wo die Bewerbung auch sehr, sehr gut aussieht. Also ich finde gerade die Universitätsstadt Ilmenau macht in diesem Bereich Digitalisierung da einen guten Job und nutzt das, was der Bund insbesondere zur Verfügung stellt. Wenn man jetzt fragt, was gibt es zu verbessern? Da möchte ich sagen, die europäische Souveränität bei der Digitalisierung. Wir sehen auf der einen Seite die Chinesen, auf der anderen Seite die Amerikaner. Das sind zwei Modelle. So wollen wir Digitalisierung nicht verstanden wissen. Wir wollen unseren europäischen Weg gehen. Da brauchen wir eine gewisse Unabhängigkeit, insbesondere was Hardware und Software betrifft. Daher die vielen Programme, jetzt insbesondere auch im Bereich der Mikroelektronik, wo das ZMN hier in Ilmenau ganz, ganz vorne mitspielt, um diese Souveränität auch wieder zu erreichen. Und wir werden uns gemeinsam überlegen müssen. Jetzt haben wir dann überall das Breitband und die schneller Daten Autobahn. Aber es kann ja nicht sein, dass da nur amerikanische Anbieter über diese Autobahn fahren und ihre Inhalte transportieren. Also muss ich auch schauen, welche europäischen Inhalte werden da zukünftig zu transportieren sein. Ein vorletzter Punkt ist das Digi-Netzgesetz. Wollte ich auch sagen, seit zehn Jahren müssen bei jeder Baustelle Leerrohre im Übrigen mit verlegt werden. Wenn man das nicht getan hat, musste man eine entsprechende Vertragsstrafe zahlen. Und nochmal zum Thema Zuständigkeit. Ich glaube, ein Hemmnis bei dieser ganzen Digitalisierung in Deutschland, das haben wir, weil Estland angesprochen wurde, beim Online-Zugangsgesetz gemerkt, bei Start-up-Förderung gemerkt und so weiter, ist das Thema Föderalismus gewesen. Und wir sagen, wir brauchen in diesem Bereich Digitalisierung eine Föderalismusreform, wo der Bund auch entsprechende Durchgriffsrechte braucht. Erleben das insbesondere beispielsweise auch beim Thema Datenschutz. Wenn Sie jetzt eine Lernsoftware zulassen müssen, müssen Sie zu jedem einzelnen Kundensystemsministerium laufen, unterschiedliche Ergebnisse, unterschiedliche Zulassungen. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit von Globalisierung und Digitalisierung nicht mehr zeitgemäß. Da brauche ich für den Betroffenen, aber auch für das Unternehmen, einen einheitlichen, kurzen Entscheidungsweg. Und das sind Dinge, wo ich sage, also insbesondere Datenschutz, Föderalismus, und europäische Souveränität, was in der nächsten Legislatur beim Thema Digitalisierung anliegt. Alles klar, vielen Dank für diesen ausführlichen Beitrag. Herr Mölders, wie sind Ihre Gedanken dazu? Ja, Herr Schepernske hat ja viele schon sehr kurz und schnell zusammengefasst. Immer wenn ich von Ihnen föderalistische Reformen höre, mündet das nachher immer in Abschaffung des Föderalismus immer mehr Rechte für den Bund gefordert. Das ist aber mal ein anderes Thema. Also auch über den Zustand und den Ist-Stand und dass Deutschland ziemlich abgehängt ist im internationalen Vergleich, haben genug Vorredner schon mal gesagt, muss man nicht alles wiederholen. Das sind Fakten, die kann man nachlesen, die kann man recherchieren. Und da muss man einfach die Meinung zu haben, die auch geäußert wurde, Deutschland einfach gepennt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ist einfach nicht vorwärtsgegangen. Digitalisierung nimmt natürlich auch bei der FDP einen relativ großen, breiten Raum im Wahlprogramm aus. Viele Dinge sind schon gesagt worden, die wir ähnlich sehen. Natürlich muss man die Hardware jetzt ausbauen. Wir legen auch Wert auf ein Digitalministerium. Wir legen auch sehr viel Wert auf entsprechende Bildungsangebote in den Schulen, in den Universitäten, schon in den Kindertagesstätten mit anfangen. Auch die Lehrerfortbildung im Digitalbereich ist wichtig. Ihnen nützt ein Anschluss nichts, wenn niemand damit umgehen kann. Und die Hardware nützt Ihnen auch nichts, wenn es nicht machbar ist. Ein zweiter Punkt, wo wir sehen, wo ein Riesenbedarf ist, wenn die Hardware steht, ist Digitalisierung in der Verwaltung. Wir müssen dringend die ganzen Verwaltungsprozesse durchforsten, dass die Bürger nicht fünfmal ins Amt rennen müssen, sondern kann man alles digital erledigen. Letztlich sparen wir dadurch auch natürlich Verwaltungskräfte ein, die wir aufgrund der demografischen Entwicklung dringend in der Wirtschaft brauchen. Wir müssen den öffentlichen Dienst mal ein bisschen ausdünnen, was diese reine Bürokratie betrifft. Und ein weiteres Thema, was auch in unserem Wahlprogramm Beachtung findet, ist das Thema Datensicherheit. Denn mit dem Ausbau der Digitalisierung wird auch die Anfälligkeit immer größer. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten gesehen, dass nichts sicher ist, außer dass alles unsicher ist. Und wenn irgendwelche Hacker in Amerika die Öllieferung lahmlegen können oder Verwaltungen eines Landkreises lahmlegen können oder Krankenhäuser lahmlegen können, dann ist für mich das immer so ein Zeichen, dass man sagt, ja, wir müssen vorwärts gehen, wir müssen mehr tun, wir müssen digitalisieren, aber es muss damit Schritt halten. Und wenn ich überlege, wir wollen ja dann irgendwann auch vielleicht mal autonom Auto fahren. Und wenn die Netze so anfällig sind, dass sich jeder reinhacken kann, wird ein ziemliches Chaos. Also die Datensicherheit muss entsprechend mitentwickelt werden. Vielen Dank, Herr Melders. Frau Wanderer, hätten Sie dazu noch eine Anmerkung zum Verbesserungsbedarf? Weniger zum Verbesserungsbedarf, sondern ich möchte eigentlich erzählen, dass ich in der vergangenen Woche war ich mit der Staatssekretärin Karawanski hier in der TU und hatte die Möglichkeit, mir das Ökonomikum und natürlich auch das Rechenzentrum, was dann hier errichtet wird, anzugucken. Und also das war für mich wahnsinnig beeindruckend, wie viel Leitungen und Sonstiges, und wenn man dann zugehört hat, wie die Datengeschwindigkeit sein soll. Und davon profitiert ja nicht nur die Hochschule als solches, sondern uns wurde gesagt, also auch die angrenzenden Unternehmen werden dann etwas davon haben, die einerseits hier an der Hochschule angegliedert sind und natürlich auch die Ilmenauer Bevölkerung. Und ich denke, wenn das dann wirklich in Betrieb geht, es ist ja wohl, glaube ich, im November in etwa geplant diesen Jahres, also dann ist das hier schon mal ein unwahrscheinlich großer Schritt, der da getan ist. Und das wäre natürlich ganz was Tolles, denke ich. Und dann wird auch die Geschwindigkeit hoffentlich ein bisschen besser und die Verständigung untereinander. Denn wir haben es jetzt wieder erlebt, wenn man eben am Arnstadt steht zum Beispiel, und da muss ich Herrn Müller vollkommen recht geben, der Empfang dort, das ist schon nicht ganz so dolle. Wenn ich dagegen an einem Fjord oder an einem Fjell in Norwegen stehe, dort habe ich überall einen ordentlichen Empfang. Und da sage ich dann immer, wie kriegen die das nur hin, hier mitten auf dem Berg oder mitten unten am See. Aber egal, wo man dort steht in Norwegen, man hat überall Empfang. Und dahin müssen wir in Deutschland eben auch kommen. Und das ist auch, ich inzwischen denke, ich für uns alle ganz wichtig. Da hätte ich direkt eine Nachfrage. Wie stellen Sie sich denn das vor, dass wir sozusagen als Norweger Modell drankommen? Ja, so ganz genau weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Es wäre so ein Wunsch, dass wir das da hinkommen. Und wie die da genau hingekommen sind, das weiß ich auch nicht. Aber da muss man einfach mal wahrscheinlich vielleicht auch beim Nachbarn nachfragen und sagen, wie habt ihr denn das gemacht? Wie ist denn das möglich? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da irgendwelche Gräben gebuddelt haben oder sowas. Ich denke, das kommt dann eher von Satelliten und Ähnlichen. Also ich denke, das ist da schon ein bisschen moderner. Gut, Herr Müller, hätten Sie dazu eine Anmerkung oder? Ja, eher zur europäischen Autonomie nochmal, also was Herr Schipanski ansprach. Also ich finde das auch extrem wichtig. Und wir müssen uns da halt wirklich als Gesellschaft auch einig werden. Okay, wie wollen wir die Dienstleistungen bezahlen? Wollen wir das weiterhin mit unseren Daten machen, was vielen ja auch nicht bewusst ist? Oder sind wir eben bereit, ein Obolus bezahlen für die Dienste, die wir nutzen? Also es sollte dann nicht nur europäische Inhalte eine Rolle spielen, sondern auch europäische Werte. Und ich finde das auch dringend notwendig. Und da muss eben als Europa muss man da eben auch gemeinsam dran arbeiten. Vielen Dank. Herr Ostermann, ich würde Ihnen jetzt nochmal die Gelegenheit geben, auch nochmal hier zum Thema eine Stellungnahme zu geben. Danke. Das Thema Datenschutz und Datensicherheit, das wurde ja schon aufgebracht. Das halte ich für auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir kommen ja schon daher, dass wir auch in Deutschland oder in Europa eine vernünftige oder halbwegs vernünftige Serverstruktur aufbauen, dass also unsere Daten auch in unserem Land beziehungsweise in unserem Kontinent bleiben. Und damit haben wir schon ein bisschen was geschaffen. Diese ganzen Angriffe, was dann jetzt wieder so die reine Sicherheit auf die Systeme angeht, da würde ich gerne zwei, drei, vier Schritte vorweg gehen oder mal davor gehen. Und zwar einfach diese Medienkompetenz in der Bevölkerung zu steigern. Ist zwar schön, dass dann die meisten Kinder irgendwie mit teilweise, sehe ich da, Dreijährigen, die ein Smartphone bedienen können, als ob es das Normalste von der Welt ist. Aber was sie da tun, das wissen teilweise die 15-, 16-Jährigen beziehungsweise auch die Eltern dieser 15-, 16-Jährigen einfach nicht. Warum drücke ich jetzt hier? Ja, weil es halt bequem ist und ich das Programm nutzen will. Hinterfragt wird da relativ wenig. Und alle Firmen, die irgendwo mal angegriffen worden sind, da gab es immer, ich sage jetzt mal blöd, einen Dulli, der auf den Anhang geklickt hat. Ansonsten passiert das ja doch in der Regel nicht. Das Thema Breitbandausbau, das ist natürlich wichtig. Da ist viel auf den Weg gebracht worden. Das wird sicherlich auch in der Umsetzung den nächsten Jahren ein bisschen schneller gehen. Da versuchen wir dann auch ein bisschen mit das schon auf den Weg gebrachte schneller rüberzubringen. Ansonsten kann man zur Digitalisierung eigentlich auch nur sagen, es ist verdammt wichtig und es ist verdammt notwendig, dass wir ja doch das 5G an die letzte Milchkanne bekommen. Wenn wir jetzt nämlich mal hergehen und sagen, okay, wir wollen hier irgendwie 2030, 35 oder 40 irgendwann mal die kompletten fossilen Energieträger loswerden, dann haben wir komplett dezentrale Stromsysteme, wo Angebot und Nachfrage, also wer hat eine Anlage auf dem Dach, wer braucht gerade Strom, wer hat Strom in seinem Heimspeicher, wer hat vielleicht noch was in seinem Auto und daraus wird dann ein schlaues Netz. Und dann kann dann vielleicht auch mal ein Netzbetreiber, wenn dann der Hochsommer kommt und der Strom einfach ein bisschen geringer ist, weil halt, keine Ahnung, zu wenig Wind gerade weht, dann kann der Netzbetreiber vielleicht auch mal runtergehen und sagen, okay, alle, die jetzt hier eine Wärmepumpe angeschlossen haben, die Regel war so ein kleines bisschen runter. Also ähnlich, wie man es auch in so einem Gebäude wie hier tun würde, dass man die Leistung reduziert, indem man halt zum Beispiel die Kühlleist ein bisschen runter senkt, beziehungsweise dann die Temperatur erhöht. Und da ist Digitalisierung einfach der Schlüssel. Alles klar, vielen Dank dafür. Damit möchten wir auch den Themenblock Digitalisierung hiermit abschließen und kommen zum nächsten Thema, und zwar zur Lokalpolitik. Wie gesagt, digitale Infrastruktur haben wir jetzt ausreichend behandelt. Jetzt möchten wir mal darüber reden, wie es um die restliche Infrastruktur hier in Ilmenau steht, in unserer Region. Dazu eine kleine Information. Die ICE-Trasse von Erfurt nach Coburg verläuft nur wenige Kilometer von Ilmenau entfernt. Viele Studierende kommen nicht ursprünglich aus Ilmenau, sondern auch aus ganz Deutschland oder der ganzen Welt und nehmen dafür einen langen Weg auf sich, um nach Ilmenau und wieder zurück nach Hause zu kommen, was auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ein entsprechender Regionalhalt in Wümbach würde diesem Problem entgegenwirken. Deswegen jetzt die Frage an Sie, Herr Schipanski. Wie stehen Sie zu einem Regionalhalt in Wümbach? Also, das ist ein spannendes Thema, weil es ist wieder, ich kann das jetzt persönlich sagen, und der Bund hat hier seine Hausaufgaben gemacht, ist schlichtweg nicht zuständig. Es ist eine Frage jetzt, ob das Infrastrukturministerium des Landes diesen Halt bestellt oder ob es das nicht macht. In dem Planfeststellungsbeschluss steht das so ausdrücklich nicht drin. Wir haben jetzt die Regionalisierungsmittel von Bundesseite erhöht, beispielsweise jetzt regional hier die Rennsteigbahn gesichert oder Oratalbahn ermöglicht im Landkreis Gotai. Jetzt liegt es am Freistaat Thüringen zu sagen, jawohl, ich nehme das Mittel, ich nehme dieses Geld und richte hier diesen Regionalhalt ein. Und ich befürworte das selbstverständlich als Ilmenauer, aber wir haben bundesseitig da unsere Hausaufgabe gemacht. Das ist jetzt wirklich reine landespolitische Entscheidung, ob das stattfindet oder nicht. Und ich halte es ehrlich gesagt in der Hinsicht schon für wichtig und notwendig mit Blick auf die entstehende TU Nürnberg. Das haben Sie jetzt nicht genannt. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwann kommt. Ich glaube, das ist die große Konkurrenzeinrichtung hier zu unserer hiesigen Universität. Und daher ist es so unwahrscheinlich wichtig, dass wir landesseitig ordentlich unterstützt werden, aber auch eben eine gute Anbindung haben, dass weiterhin viele Leute zu uns kommen. Weil die Zeiten wären nicht einfach, wenn diese TU Nürnberg da entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft. Ich denke, das führt uns auch sehr gut zu einer weiterführenden Frage. Und zwar, wie wir nicht nur Studierende hier nach Ilmenau bekommen, dass ja doch im Vergleich zu anderen deutschen Unis eine eher kleine Uni ist. Also wie schaffen wir es, Studierende nach Ilmenau zu bekommen, aber gleichzeitig auch im Anschluss diese Studierende und ihr Wissen hier in Ilmenau und in unserer Region zu halten? Vielleicht möchten Sie, Herr Müller, dazu was sagen. Ja, die Checkpot-Frage. Sehr gut. Also natürlich machen sich da viele Leute schon Gedanken drüber, weil der Standort einfach wichtig ist hier für die Region, also für den ländlichen Raum. Das ist ja nicht nur die einzige kleinere Hochschule in Thüringen. Schmeich-Halten ist ja ähnlich. Und ich bin froh, dass jetzt endlich dann auch eine Zusammenarbeit stattfindet, dass man eben Kompetenzen bündelt und auch die Werbung für Thüringen bündelt, sage ich mal, um mehr Studierende hierher zu holen. Wie gesagt, es ist so die Checkpot-Frage und ich denke mal, die Lösung finden wir da heute Abend nicht oder ich weiß sie zumindest nicht, um die Menschen hier zu halten. Also ich weiß, der Herr Schultheis, der Oberbürgermeister, erzählte mir, dass viele Studierende wieder zurückkommen oder ehemalige Studierende wieder zurückkommen, um dann hier, ich sage mal, ihre Familie zu gründen, weil sie einfach vom Umfeld her sehr schön ist. Sie finden Kindertagesstätte, die auch bezahlbar ist und es ist ein sehr schönes Umfeld mit dem Thüringer Wald. Schöner wäre es natürlich, wenn man gleich hier bleibt und hier gleich seine Familie gründet. Vielleicht müsste dann die Frauenquote höher sein. Vielleicht, dass man, ich weiß nicht, wie sie aktuell ist, aber dass dann entsprechend gleich auch die Leute hier bleiben können und ihre Familie gründen können und auch in den attraktiven Firmen, die es ja hier im Umfeld gibt. Es gibt einen starken Mittelstand, der sich hier entwickelt und ansässig ist und eben auch eine gute Möglichkeit, hier Start-ups zu gründen, dass man eben gleich hier bleibt. Das wäre natürlich sehr wünschenswert. Jetzt haben sich hier gleich zwei Kandidaten gemeldet, dass sie dazu was sagen möchten. Ich würde Frau Wanderer den Vortritt geben. Also vielleicht erst nochmal zu Wümbach. Also Sie wissen ja sicherlich, dass unsere Landrätin Petra Enders sich dafür also sehr, sehr stark macht und sehr eingesetzt hat, dass das auch wirklich Realität wird und das auch schon länger fordert. Und wir hoffen ganz einfach, dass das vielleicht auch durchgesetzt wird, das zum einen. Zum anderen sind wir jetzt gerade im Wahlkampf natürlich sehr, sehr viel auf der Straße, aber auch vor Haustüren und Ähnlichem und reden mit den verschiedensten Menschen, unter anderem natürlich auch mit Studenten. Und ich höre immer wieder, dass sehr viele sehr gern hier in Ilmenau studieren. Einerseits, weil es eben auch klein ist, also im Verhältnis jetzt zum Beispiel zu Jena. Und es ist damit etwas individueller, die Wege sind etwas kürzer. Aber um neue Studierende hierher zu bekommen, muss natürlich auch noch mehr stimmen. Also es müssen zum Beispiel die Mieten stimmen. Also Sie haben hier ganz andere Mieten als wie zum Beispiel Jena. Jena ist ja da, also hochexplosiv von den Mieten her, währenddessen man hier doch wirklich noch einigermaßen im Verhältnis zu Jena, immer gesehen, dass rentabel ist. Es muss natürlich auch geguckt werden, dass nicht nur dieser Regionalhalt Willenbach ist, sondern auch, dass die anderen Studierenden die Möglichkeit haben, hierher zu kommen. Ich habe mich zum Beispiel mit einem Vati von einem Studierenden unterhalten. Der war aus Sonneberg und der sagte, der Studierende hat hier in Ilmenau studiert und sagte, naja, wenn der mit dem Bus oder mit der Bahn fährt, braucht der fast vier Stunden, um hierher zu kommen. Fährt der mit dem Auto, ist er ein bisschen schneller. Aber andererseits wollen wir ja immer gucken, dass man nicht mehr so viel Auto, sondern da muss eben auch der öffentliche Nahverkehr stimmen. Es muss alles drumherum, die Kindergartenplätze und so. Und ich denke, da hat Ilmenau ganz, ganz viel zu bieten. Auch eben die Natur, die Kultur. Also hier ist es einfach schön, um das mal so zu sagen. Und das haben, glaube ich, auch viele Studierende erkannt. Also ich glaube, die Frage war ja gewesen, wie wir sie hier halten. Dass es schön ist, Frau Wanderer, haben Sie völlig recht, von daher freuen wir uns über die Studentenzahlen. Aber wie halten wir sie? Und das finde ich jetzt nicht die Jackpot-Frage, sondern einfach mit qualifizierten Arbeitsplätzen. Und jetzt, ich dachte, das sagt ein Vorreder von Rot-Rot-Grün vorher. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Rot-Rot-Grün hat ja dann mit Amtsübernahme in Thüringen gesagt, wir machen nur noch Neuansiedlungen an Firmen, wenn hier eine F&E-Abteilung ist. Und die Studierenden, die hier abschließen, da sind die meisten, die halt dann in F&E-Abteilungen entsprechend arbeiten. Und ich finde, das ist schon mal ein richtiger Schritt. Und wenn wir jetzt ans Erfurter Kreuz schauen, auch die, wo wir jetzt einen Großen haben, der sich da ansiedelt, der auch verlangt mit Kattel, wissen wir wahrscheinlich die meisten, die erste chinesische Direktinvestition in Deutschland, die natürlich ein ordentliches Englisch haben wollen, die unsere Techniker haben wollen. Also ich glaube, das ist auch mal gut, nach dem Weggang von Bosch auch da wieder einen Großen zu haben. Wobei ich persönlich immer glücklicher bin über einen lokalen Mittelständler, weil wenn so ein Großer mal plötzlich weg ist, das hat man eben auch bei Bosch erlebt, was das wieder für ein Ungleichgewicht dann auch für uns hier im Landkreis bedeuten kann. Und ich finde es super, dass die TU Ilmenau jetzt eingerichtet hat, einen Vizepräsidenten-Transfer. Wir kämpfen sehr dafür, dass nicht nur Lehre und Forschung, sondern eben auch Transfer als dritte Säule in den Hochschulen dazukommt. Ich glaube, es wird dieses Entrepreneurship hier auch nochmal ordentlich gelebt. Wir haben über das Exist-Programm jetzt den Ilmkubator hier gefördert bekommen. Der neu entstanden ist und es ist ja angeklungen, je mehr Gründung und Gründergeist auch aus der Universität herauskommt. Und das hoffe ich über das Technologie- und Gründerzentrum, aber auch den Ilmkubator. Ich glaube, desto mehr Leute kann man dann auch im Endeffekt hier halten. Und im Speckgürtel der hiesigen Universität gibt es ja schon einen guten etablierten Mittelstand, der sich auch über die Absolventen entsprechend freut. Also ich glaube, die Antwort ist einfach, weiter qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen. Und für mich ist da dieses Ökosystem, Start-up-Ökosystem, was sich hier entwickeln soll, ein ganz wesentlicher Punkt, um das auch zu erreichen. Herr Ostermann, hätten Sie dazu noch eine Stellungnahme, vor allem, weil jetzt gerade Rot-Rot-Grün auch schon angesprochen wurde? Ja, das ist ja nur auf der Landesebene aktuell. Schauen wir mal, wie es weiter wird. Grundlegend glaube ich, wir haben hier ziemlich gute Voraussetzungen inzwischen in den letzten Jahren geschaffen, was jetzt gerade das angesprochene CATL-Werk angeht, wo mindestens 200 Ingenieurstellen geschaffen worden sind oder geschaffen werden. Und die werden nicht alle mit chinesischen Fachkräften belegt werden. Da sind locker 100, 150 Personen, die da gebraucht werden. Und das ist nicht das Einzige, was sich hier angibt. Also Sie haben ja hier auch den Fachbereich der Solartechnik. Und es ist, wie schon gesagt, sehr schade, dass halt die ganzen Solarfirmen aus Arnstadt oder halt auch zum Großteil aus Erfurt weggegangen sind. Aber der Bereich ist wieder da. Und der braucht genau solche Leute wie Sie, die gut ausgebildet sind, ein gutes Englisch sprechen und dann auf dem internationalen Markt einfach das, was wir hier im Bereich zum Beispiel der Energiewende voranbringen, halt auch dort in die Märkte reinbringen. Und ja, also ich glaube, keiner von Ihnen, der hier oder die hier Ingenieurwissenschaften studiert hat, muss sich irgendwie Angst haben um irgendeinen Arbeitsplatz. Ich glaube, da werden Sie eher wählen können. Und da haben wir hier in der Umgebung schon ganz gute Voraussetzungen geschaffen. Wasserstoff soll ja auch in Arnstadt nochmal ein Punkt werden. Die F&E-Abteilung hatte Herr Cipanski schon angesprochen, vom Fraunhofer in Arnstadt. Und drumherum gibt es auch viele Mittelständler, die im Bereich Projektentwicklung tätig sind, ob es Wind, Biogas oder Photovoltaik ist. Und da sind sehr, sehr viele Ingenieurstellen, die aktuell einfach unbesetzt sind. Und dieser Fachkräftemangel ist letztlich auch einer der Punkte, wo gerade die Energiewende so ein Stück weit hakt. Herr Mölders, hätten Sie da vielleicht noch eine Wortmeldung dazu, wie man hier Studierende in der Region halten kann? Ja, gute Frage. Warum fragt man nicht die Leute, die hier sitzen, was sie brauchen, damit sie nach dem Studium hier bleiben? Fände ich jetzt mal viel spannender, von den Menschen hier zu hören, was sie denn hier halten würde. Im Grunde sind die Argumente ja auch alle gesagt. Ja, also wir sehen natürlich auch hauptsächlich entsprechend dann die Arbeitsplätze für die Menschen. Die soziale Infrastruktur muss stimmen, die da sind und der ganze kulturelle Bereich muss stimmen. Aber ich glaube, da ist auch sehr, sehr viel passiert. Irrbe-Dauer-Arnstadt, Erfurt ist auch nicht so weit weg. Und ich habe immer den Eindruck, dass auch viele Menschen, wie auch schon einer meiner Vorredner gesagt hat, die dann vielleicht mal weg waren, dass die dann aber auch wiederkommen. Da wollen sich einfach wieder die Lebensverhältnisse in großen Städten vielleicht doch nicht mehr so schön sind, wie sie mal gedacht haben. Herr Bühl, hätten Sie dazu auch noch eine Meinung zum Thema? Ja, zwei Kernpunkte dazu. Also der Hinweis natürlich mal, die Befragung, das können wir vielleicht im Anschluss noch machen, fände ich auch sehr sinnvoll, was sich denn die Studenten wünschen. Die Gehälter und natürlich auch die Firmenansiedlung. Und wenn ich ins Erfurter Kreuz reingucke, bin gestern erst wieder dran vorbeigefahren und auch durchgefahren, muss ich sagen, da tut sich bis auf das Kattelwerk in letzter Zeit nicht allzu viel. An großen Firmenansiedlungen, wie wir das zum Beispiel aus Südwestdeutschland kennen, wirklich namhafte Maschinenbauer und eben Firmen, wo Studenten, die hier in Ilmenau studiert haben, unterkommen können mit Elektrotechnik, mit Maschinenbau etc. Die kann man mit der Lupe suchen. Und da ist auch nicht viel passiert in den letzten Jahren. Auch beim Thema Lohnentwicklung ist wenig passiert. Und das ist ein ganz signifikanter Faktor. Wenn jemand mit seinem Studium fertig ist und eine Familie gründet und sich sein Leben auf- und ausbauen will, dann guckt er natürlich auf das Gehalt, was er kriegt. Und wenn er dann sich eine Bewerbung in Thüringen bewirbt und sich in Baden-Württemberg und Bayern bewirbt und feststellt, dass er einen massiven Unterschied hat im Gehalt, dann so schön ist, wie es hier bei uns ist. Vom Umfeld her, der Thüringer Wald, die schön gewordene Thüringer, die schön gewordene Ilmenauer Altstadt, alles drumherum. Aber das sind so die harten Fakten, die dann zählen. Und dann ist derjenige halt auch ganz schnell weg, wenn er an Bayern und Baden-Württemberg viel mehr verdient. Sprich, was müssen wir tun? Wir müssen am Lohnniveau arbeiten, wir müssen an den Firmenansiedlungen arbeiten. Das sind die beiden Kernaspekte meines Erachtens. Für den ICE-Halt Wümbach finde ich eine sehr gute Geschichte. Wir haben beispielsweise in Grotha auch den ICE-Halt. Das ist etwa so die gleiche Entfernung zu Erfurt. Das wäre ein wichtiger Aspekt für eine bessere verkehrstechnische Anbindung. Kurze Anmerkung, es hält sich hier nur um die ICE-Trasse, aber ein Regionalhalt, der wird nicht der ICE halten. Aber Herr Ostermann, Sie hatten jetzt noch eine Anmerkung. Zum Thema Erfurter Kreuz, das Gewerbegebiet ist jetzt voll. Also CATL hat jetzt den größten Teil ausgefüllt. Dort haben sich jetzt innerhalb der letzten sechs, zwölf Monate die Firma Marquardt angesiedelt. Die machen dort Autoschlüsse. Wir haben ein neues Fertigbetonteilewerk. Wir haben ein großes Logistikcenter von diesem Möbellieferanten. Und dann sind noch so zwei, drei kleine CATL-Zulieferer dazugekommen. Das Ding ist voll, da passt nichts mehr hin. Es gibt vielleicht noch so diese einen kleinen, irgendwie mal 2000 Quadratmeter als Grundstück. Aber da kann im Prinzip kaum jemand was mit anfangen. Darf ich noch was anmerken? Man kann ja neu erschließen. Es ist ja Richtung Holzhausen hinten noch eine ganze Menge Fläche da. Das Erschlossene, da haben Sie vollkommen recht, gebe ich Ihnen recht. Aber an Fläche ist noch einiges vorhanden. Das würde gehen, wenn man wollte. Alles klar. Und damit, Ben, wäre auch unsere Diskussionsrunde. Vielen Dank erstmal für Ihre zahlreichen Beiträge. Jetzt schaue ich mal unauffällig zu unseren fleißigen Helfern, die schon die Fragen aufgenommen haben, die jetzt online gestellt wurden. Und würde darum bitten, dass wir die kurz... Alles klar, vielen Dank. In erster Linie möchte ich aber fragen, gibt es denn hier bei uns im Publikum, vielen Dank, Publikumfragen an unsere Direktkandidaten. Dann nennen Sie bitte, an wen Sie die Frage stellen und wie die Frage lautet. Da kommt auch gerade ein Mikrofon auf Sie zu. Ach, die Leute im Stream, ja, das ist wichtig. Herr Bühl, an Sie hätte ich gerne die Frage, haben Sie eigentlich außer dem Direktmandat noch einen Listenplatz? Ich bin auf Listenplatz 5, ja. Danke. Mir reicht's. Alles klar. Gibt es abgesehen davon noch Fragen? Ich hätte eine Frage zu der Pflegefachkrise, weil, also ich würde da ganz gerne einmal mal Ihre Meinung dazu hören, weil ich habe mir halt alle Sachen durchgelesen. Ja, aber... Darf ich Fragen, an wen Sie die Frage stellen? Besonders irgendwie die SPD, die Grünen, die CDU kann sich auch gerne zu melden, aber... Alles klar. Ihre Frage lautet also, was beim Fachkräftemangel in der Pflege verbessert werden kann. Herr Müller, möchten Sie beginnen? Ja, also die Arbeitsbedingungen müssen sich bessern. Und dann finden sich auch mehr Leute, die in dem sozialen Bereich arbeiten möchten. Also es gibt viele Menschen, ich habe selber Zivildienst gemacht, in einem Heim für schwer pflegebedürftige Kinder, die mehrfach behindert waren, geistig, unkörperlich. Und ich muss Ihnen sagen, ich hatte erst Berührungsängste und dann hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit diesen Kindern zu arbeiten. Aber die Arbeitsbedingungen sind eben so, dass es gerade in der ambulanten Pflege einfach eine extrem starke Belastung ist für die Menschen. Und deshalb setzt sich ja die SPD Thüringen dafür ein, dass man schrittweise auf 30 Stunden bei vollem Lohnausgleich runtergeht. Das hört sich jetzt an wie utopisch und Utopie, was nie realisiert werden kann. Also es soll innerhalb von zehn Jahren passieren, also eben schrittweise, so dass eben Menschen auch nach und nach mehr sich entscheiden für diesen Beruf, weil ich denke, dass es eben dann auch attraktiver ist, weil man weiß, okay, diese 30 Stunden kann ich leisten für diesen tollen Beruf. Und man muss natürlich auch sehen, dass in der stationären Pflege, dass eben die Fachkräfte entsprechend eingeteilt werden. Also der Herr Mölders ist der Fachmann, der kennt sich da besser aus, dass man also die Pflegehilfsleistungen nicht unbedingt von der Fachkraft machen lassen muss, dass die also wirklich auch so eingesetzt werden, entsprechend ihrer Qualifikation. Alles klar, vielen Dank, Herr Müller. Die Frage war außerdem gerichtet an CDU und Grüne. Ist das richtig? Ja. Ja, jeder, ja. Ich hoffe, gern was zu sagen. Na gerne, Herr Mölders. Herr Mölders hat es ja schon gesagt. Ich arbeite in der Branche und ich habe angestellte Pflegekräfte. Und ich habe vor ein paar Wochen nur ein Längers Interview in der Zeitung gegeben, haben Sie vielleicht gelesen, im freien Wort. Sie können aber auch auf unserer Webseite das nachlesen. Das habe ich mal übertitelt mit Sozialwirtschaft am Limit. Wir werden in den nächsten Jahren die Versorgung nicht mehr aufhalten können. Und wir haben ein massives demografisches Problem und das kriegen wir nicht dadurch gelöst, indem wir der gewerblichen Wirtschaft die Arbeitnehmer abspenstig machen, sage ich mal ein bisschen überspitzt. Wir haben Arbeitsbedingungen mittlerweile bei uns, gerade im Pflegebereich sind in den letzten Jahren die Löhne und Gehälter um 35 Prozent gestiegen, in der gewerblichen Wirtschaft um 2, 3, 24 Prozent. Je nachdem, wie man es abgrenzt, eine Pflegevollzeitkraft bei uns, die im stationären Dienst ist, verdient zwischen 3.000 und 4.000 Euro brutto plus Zuschläge für Nacht und Sonntag, Feiertag, Schicht und so weiter. Die reinen materiellen Arbeitsbedingungen sind mit Sicherheit nicht schlecht. Und deshalb haben wir in den letzten Jahren auch 100.000 Pflegekräfte bundesweit dazubekommen, von 5.000 auf 600.000. Das sind alles Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, können Sie alle mit hinter dem nachlesen. Weil da wird ja immer mal bezweifelt, wenn man sowas sagt. Und ich habe in dem Papier auch Vorschläge gemacht. Ich habe auch die 30 Stunden, die Herr Müller gerade sagte, die Wochenarbeitszeit auf 30 Stunden abzusägen. Das würde heißen, dass ein Viertel der Betreuten nicht mehr versorgt werden kann, weil mir die Menschen nicht mitfielen. Die sind nicht mehr da. Ich müsste ein Viertel meiner Einrichtung schließen, ich müsste ein Viertel meiner Plätze in den Einrichtungen abbauen, wenn man die Vollzeit einfach 25 Prozent kürzen würde. Also das ist der falsche Weg. Der andere Weg ist richtig. Wir haben viel, viel weniger Menschen, die künftig arbeiten können und werden. Die müssen eher mehr arbeiten, auch wenn Sie das vielleicht nicht gerne hören. Die müssen eher mehr arbeiten und nicht weniger. Und das, je mehr Menschen da sind, desto geringer ist dann auch die Arbeitsbelastung. Und den Punkt hat der Müller auch schon angesprochen. Wir müssen von Fachkräfteschlüsseln wegkommen. Wir müssen mehr, auch weniger qualifizierte Menschen mit einfachen Arbeiten beschäftigen, um die Fachkräfte zu entlassen. Wir haben 90 Prozent Frauenanteil in der Beschäftigung bei uns. Wir müssen dafür sorgen, dass die Frauen in ihrem privaten Umfeld mehr entlastet werden. Das heißt auch, die Familienarbeit anders aufteilen oder die Kinderbetreuung anders organisieren. Eine Frau mit zwei Kindern hat erhebliche Mühe, in der sieben Tage, 24 Stunden Einrichtung zu arbeiten. Kann die gar nicht, wenn die Kinder nicht groß genug sind. In die Richtung müssen wir denken. Wir müssen denken, wie vergrößern wir das bestehende Arbeitskräftepotenzial, indem die, wir haben sehr, sehr viele Teilzeitarbeiter, wir haben ja kaum Vollzeitarbeiten. Ich habe etwa 210 Mitarbeiter in meinem Unternehmen und davon, das sind etwa 130 Vollzeitkräfte ungefähr, weil die meisten wirklich Teilzeitarbeiten. Aus den ganzen Gründen, die ich gesagt habe. Und da müssen wir eher versuchen, dass die Menschen mehr arbeiten, länger arbeiten, die Arbeitszeit erhöhen, aber die Arbeitsbelastung senken, dadurch, dass mehr da sind. Also es ist eine Idee, was man machen könnte. Wir werden auch gerade in der Fläche und dann lasse ich es auch bei bewenden, massive Probleme haben, in den verschiedenen Bereichen die Menschen zu versorgen. Und der Irmkreis ist ja auch ein Landkreis. Herr Mölders, aus Zeitgründen würde ich Sie bitten, langsam zum Schluss zu kommen. Ja, ja, ich habe ja gesagt, ich lasse es dann dabei bewenden. Heißt aber auch, dass man in den verschiedenen Leistungsbereichen, ob das Krankenpflege oder Kinder- und Jugendhilfe oder Eingliederungshilfe ist, die Dinge müssen wir zusammendenken perspektivisch, weil dieses verseute Denken in den verschiedenen Bereichen wir uns gar nicht mehr leisten können. Punkt. Vielen Dank. Gibt es sonst noch jemanden hier in der Runde, der dazu weniger ausführlich vielleicht was dazu sagen möchte? Alles klar. Dann würde ich vorschlagen, wir geben das Wort an den jungen Herren im grauen Pulli. Danke schön. Ich hätte eine Frage an Herrn Schipanski in seiner Rolle als digitalpolitischen Sprecher der CDU. Und zwar wurde ja vor kurzem der Staatstrojaner weiter ausgebaut. Es ging hier in der Runde auch schon um kritische Infrastruktur und die IT-Security wie Kraftwerke, Wasserversorgung und so weiter. Wie stellen Sie sich das vor, dass, wenn der Staat staatlich organisiert Sicherheitslücken offen hält, wir oder die Wirtschaft die kritische Infrastruktur tatsächlich abgesichert bekommt? Also eine Frage der IT-Sicherheit. Wir haben jetzt nicht gesagt, dass wir einen Staatstrojaner haben wollen. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es ist möglich, das entsprechend so zu machen. Und unser Credo ist, wir müssen den Sicherheitsbehörden, insbesondere auch der Polizei, die Befugnisse im digitalen Bereich geben, die sie auch im analogen Bereich haben. Und ich glaube, da muss auch eine gewisse Waffengleichheit entsprechend hergestellt werden. Und von daher sind wir, wir entwickeln faktisch die Befugnisse der Sicherheitsbehörden im digitalen Bereich so weiter, wie sie es auch im analogen Bereich haben. Hat das Ihre Frage beantwortet? Naja, also die, ich will das jetzt nicht zu tief vertiefen, aber faktisch muss, um solche Geräte infiltrieren zu können, Sicherheitslücken da sein. Die müssen genutzt werden, aktiv. Die gleichen Sicherheitslücken können auch von Hackern verwendet werden, die auch der Staat dann nutzt. Und das ist halt auch Standardsoftware, die wird auch in kritische Infrastruktur eingesetzt. Mail-Provider zum Beispiel, Mail-Server nur als fiktives Beispiel. Und damit hält man sich auch Sicherheitslücken in Kraftwerken, Wasserversorgung und sämtlicher Infrastruktur offen. Also ich persönlich finde das nicht verantwortlich. Gut, das war jetzt keine weitere Nachfrage. Dementsprechend würde ich jetzt mal zu den Fragen, die uns online erreicht haben, weitergehen. Falls sonst hier niemand im Publikum noch Fragen hat. Da vorne sehe ich noch eine Frage. Ich würde vorschlagen, dass wir... Ja, dann stellen wir noch die Frage und dann würde ich weitermachen. Und wenn danach noch irgendwelche Fragen aus dem restlichen Publikum sind, haben wir vielleicht eventuell dann auch noch Zeit. Ja, hallo, ich hätte eine Frage zum Thema Lokalpolitik. Ich komme ursprünglich aus einer Großstadt und bin also ein eher linkes Umfeld, sage ich mal, gewöhnt und war dann teilweise doch teilweise sehr geschockt über die schon so weit fortgeschrittene Polarisierung hier im Umkreis von Ilmenau. Also ich habe auch eine Freundin, die hier aus einer eher dörflichen Region kommt und bin daher auch schon ins Gespräch mit Leuten hier aus der ländlichen Region gekommen und habe das Gefühl, dass gerade Parteien wie die SPD oder die Grünen diese Bevölkerung nicht mehr so wirklich erreichen, gerade hier in Ostdeutschland, wie man das natürlich auch immer wieder hört. Und da wollte ich gerade vielleicht an die SPD und die Grünen die Frage stellen, wie sie diese Menschen irgendwie noch erreichen wollen. und ich glaube, damit einhergehend, wie sie bei der anstehenden Wahl weiteres Wachstum der AfD verhindern wollen hinsichtlich der Stimmen. Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage und eine sehr interessante Frage. Also erstmal möchten wir die Menschen erreichen mit guter Politik und wir hoffen, dass wir den Kanzler stellen in der nächsten Regierung und dass wir eine gute Koalition schmieden können, wo wir nicht so viele Kompromisse machen können und endlich das Land nach vorne bringen, so dass die Menschen einfach wieder Vertrauen gewinnen zur Politik. Nichtsdestotrotz muss man einfach mit den Menschen auch wieder mehr in Kontakt kommen und wir alle machen das bei unseren Wahlkampfständen und ich denke, man muss das einfach auch vermehrt außerhalb des Wahlkampfes machen und auch auf die Menschen zugehen. Und wenn ich in den Bundestag komme, werde ich das konsequent auch tun, auf die Menschen zugehen, um mit ihnen zu reden, weil ich merke einfach, nachdem ihre Wut und ihre Frustration, die durchaus verständlich ist und ihre Unzufriedenheit, was übrigens auch ein Grund ist für meine Kandidatur. Also ich bin auch nicht mit einem zufrieden und möchte was verändern und dass man dann doch sehr konstruktive Gedanken und Vorschläge bekommt und dass man dann, wenn man den Menschen zuhört, auch sie wieder dazu bekommt, mitzugestalten. Und das muss sich, glaube ich, jeder hier auch bewusst sein, dass eben das mit dem Kreuz in der Wahlurne am 26.09. eben nicht getan ist, sondern dass wir einfach alle mit anpacken müssen, um das Land nach vorne zu bringen und auch auf unseren Nächsten, wie man so schön sagt, auch zuzugehen und dass unser Land mitgestaltet. Also es geht nur miteinander und ich bin gerne bereit, das mitzugestalten, aber alleine schaffe ich es nicht und hoffe, Sie sind auch dabei. Herr Ostermann, möchten Sie darauf auch noch antworten? Also die Lage in unserem Land ist ja doch schon ein bisschen komplex, gerade was so dieses Stadt-Land-Gefälle angeht. Ich meine, in Jena, Erfurt, Weimar, da tickt man doch ganz anders als bei uns zum Beispiel in Arnstadt. Das zeigen ja schon die Wahlergebnisse. Ich glaube, man muss versuchen, den Leuten in Stadt, aber auch in Land ein bisschen mehr Zuversicht zu geben. Wir haben so viele komplexe Themen, ob das jetzt die Corona-Nummer ist, diese komplette Digitalisierung, die Globalisierung und immer wieder so diese Angst, man könnte ja was verlieren oder irgendwer könnte vielleicht was mehr bekommen, was ihm eigentlich nicht so zusteht. Und das sind doch eigentlich so die Treiber, die dann die Wählerinnen und Wähler dann doch in die Richtungen führen, wo dann die Antworten vielleicht ein bisschen einfacher sind. Und wenn die Antworten einfacher sind, dann mache ich da vielleicht eher mein Kreuz. Und vielleicht sollten wir dafür sorgen, dass die Themen nicht mehr so komplex sind oder wenn sie komplex sind, sie so darzustellen, dass jeder normale Bürger sie auch versteht. Und ich glaube, dann gewinnen wir auch als SPD-Grüne, wo wir gerade angesprochen sind, auch wieder mehr Rückhalt in der ländlichen Bevölkerung. Weil dort ist doch eher so diese Angst der Dinge, die verändern und wie sie sich verändern. Was habe ich dann gegebenenfalls als Verlust dazu? Herr Bühl, Sie dürfen gleich auf die nächste Frage auch antworten. Annika? Es gab jetzt neben Herr Bühl auch noch von Frau Wanderer... Ja, also auch wenn Sie mich jetzt nicht direkt gefragt haben, möchte ich aber trotzdem gern was dazu sagen. Als allererstes muss ich Ihnen sagen, Sie haben leider recht. Also gerade jetzt in den Wahlkampfzeiten machen wir ja sehr, sehr viele Gespräche und ich gebe da auch vollkommen recht, wo ich sage, die dürfen wir eben nicht nur in den Wahlkampfzeiten machen, sondern auch in den Zeiten dazwischen ist es ganz wichtig. Und es macht mir Angst. Es macht mir wirklich richtig große Angst, dass ich in diesen Gesprächen, gerade in Haustürgesprächen ist das so, dass ich auch auf einige Menschen treffe, die eben ganz offen und ehrlich sagen, ich gehe nicht zur Wahl, ich will nicht wählen gehen, weil ich eben enttäuscht bin von der Politik, weil ich mich nicht vertreten fühle, weil die da oben ja doch machen, was sie wollen. Und das macht mir Angst, muss ich sagen, dass da diese Menschen inzwischen so denken und dass wir nicht in der Lage sind, sie vom Gegenteil durch unsere Aktivitäten zu überzeugen. Und deswegen ganz einfach auch die Bitte wirklich auch an Sie, wirken Sie damit, versuchen Sie auch im Familienkreis und so weiter da entsprechend zu diskutieren. Man kann nur reden. Es gibt auch Menschen, mit denen kann man leider nicht mehr reden. Gibt es auch inzwischen schon. Und insofern, wie gesagt, muss ich Ihnen leider recht geben. Aber ich hoffe, dass es ganz einfach nicht bleibt. Und ich bin doch recht froh, dass die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger auch aktiv ist und zur Wahl gehen möchte. Vielen Dank, Frau Wanderer. Ich möchte eine kurze Anmerkung machen. Und aus Zeitgründen würde ich jetzt vorher mal ansagen, wie viel Zeit die entsprechenden Kandidaten haben zu sprechen. Ja, ich würde auch gleich jetzt an Herrn Bühl weitergeben. Und zwar hat uns online eine Frage erreicht, die lautet, warum schließen alle im Bundestag vertretenen Parteien eine Koalition mit der AfD aus? Zwei Minuten. Vielen Dank für die Frage. Darf ich ganz kurz noch anfügen an den vorherigen Fragesteller oder Fragestellerin? Und zwar ist hier geantwortet worden, also zunächst mal zur Frau Wanderer. Wir stehen ja das ganze Jahr im Ilmkreis, im Landkreis Grothaf, Monat für Monat auf den Marktplätzen und sprechen mit den Bürgern. Komischerweise sehe ich von den anderen Parteien immer nur kurz vor der Wahlinfostände. Vielleicht wäre es mal sinnvoll, wenn Sie sich mal ein bisschen öfters und länger auch unter der Legislatur, gut, Sie sitzen jetzt nicht im Bundestag, ja, auf die Straße begeben und den Bürgern mal zuhören. Und dann ist vom Herrn Ostermann angeführt worden, so sinngemäß habe ich es jetzt verstanden, man müsse die Dinge den Menschen nur besser erklären. Nein, nein, glauben Sie mir, ich mache ganz viele Bürgerabende, ich führe unzählige Bürgergespräche an den Infoständen, die Menschen verstehen sehr wohl. Das Problem der Altparteien ist, dass sie Dinge ausklammern, dass es Tabuthemenbereiche gibt, die, wenn sie von den Bürgern angesprochen werden, da werden sie dafür in die Buhmann-Ecke gestellt von diesen Altparteien. Und das ist ein Punkt, wo wir ran müssen. Es darf keine Tabuthemen mehr in Deutschland geben. Und dann kommen wir auch gemeinsam wieder voran. Und wenn wir als diejenige Partei, die die Themen ansprechen, dann dafür in die Buhmann-Ecke gestellt werden, also ich persönlich finde es nicht schön, aber dann muss ich eben leider damit leben. Aber ich bin dafür die Stimme der Bürger. Ich vertrete diese Menschen. Noch eine Minute. Ich beende es an der Stelle, wir könnten es weiter ausführen. Wieso alle Parteien, die im Bundestag vertreten sind, keine Koalition mit der AfD eingehen wollen? Das hat so ein bisschen eine Schnittmenge zu dem, was ich eben schon ausgeführt habe, weil wir Themen ansprechen, die die anderen nicht mehr ansprechen. Und man traut sich nicht raus. Es gibt für mein Empfinden im Bundestag so eine gewisse linksgrüne Meinungshoheit. Die Meinungshoheit, die wird auch von den Medien zum großen Teil getragen und unterstützt. Und jeder, der sich jenseits dieser Meinungshoheit herauswagt, der kriegt ganz schnell den Buhmann-Stempel. Und wir erleben das bei der Politik der CDU, CSU in den letzten 15, 20 Jahren. Die Ära Merkel hat ja diese Partei zu entkernt und inhaltslos gemacht. Man guckt, wie sind die Umfragen, welche Themen muss man bedienen. Und in die Richtung läuft es dann. Okay. Danke. Herr Schipanski, Sie haben noch eine Wortmeldung. Ja, ich würde sagen, es ist völlig abwegig, Herr Wühl, was Sie dargestellt haben. Und wir sind nicht nur bei der Wahl mit irgendwelchen Wahlkampfständen unterwegs, sondern ich bin ja der direkt gewählte Abgeordneter von hier. Wir sind tagtäglich mit Vereinen, den Menschen vor Ort aktiv. Wir stellen uns nicht wie Sie nur auf den Marktplatz und warten, dass jemand kommt, sondern wir gehen wirklich auf die Leute zu. Und ich finde, der Herr Ostermann hat das ja richtig gesagt. Wir haben einfach komplexe Probleme in der Globalisierung, in der Digitalisierung. Und auf diese komplexen Probleme gibt es schlichtweg keine einfachen Antworten. Und da muss man mal ein bisschen länger erklären, als in der Mediendemokratie eine Minute irgendwas zu machen. Alles klar. Vielen Dank, Herr Schipanski. Und ich glaube, das tun wir. Und wenn ich Ihre Plakate sehe, suggerieren Sie den Leuten völlig vereinfachte Parolen als Antwort auf komplexe Dinge. Und das ist schlichtweg falsch und es ist schlichtweg gelogen. Und ein Tabuthema gibt es im Bundestag nicht. Vielen Dank für Ihren Wortbeitrag. Damit würde ich dieses Thema auch erstmal ruhen lassen. Ich denke, wenn wir am Ende noch Zeit und Lust haben, dann können wir das nochmal weiter ausführen. Bis dahin würde ich vorschlagen, machen wir mit unseren Fragen weiter. Und zwar hat noch jemand aus dem Online-Publikum eine Frage an Herrn Mölders. Die lautet, in der schwarz-gelben Koalition 2009 bis 2013 hat Ihre Partei sich gegen CO2-Zertifikate eingesetzt. Warum ist dies nun die Hauptmaßnahme im Klimaschutzprogramm der FDP? Zwei Minuten. Da brauche ich keine zwei Minuten für. Vielleicht ist man einfach schlauer geworden. Ich kenne das nicht anders, als das marktwirtschaftliche Instrument zur CO2-Reduktion genutzt werden sollte. Und da gibt es aus meiner Sicht nichts Vernünftigeres, als das zu bepreisen und zum Gegenstand der ökonomischen Betrachtung zu machen. Also kann ich jetzt nicht beantworten, aus welchem Grund man vorher nicht dafür gewesen ist. Keine Ahnung. Jetzt ist das völlig unbestritten. Vielen Dank für die Antwort. Dann würde ich auch, weil wir gerade bei CO2-Abgabe und Preisen sind, weitermachen mit Herrn Ostermann. Uns hat nämlich die Frage erreicht, die Grünen fordern eine höhere CO2-Abgabe. Sprit wird dadurch teurer als jetzt. Wie wollen Sie Studierende, die auf ihr Auto angewiesen sind, finanziell unterstützen? Grundlegend wollen ja, glaube ich, annähernd alle Parteien den CO2-Preis erhöhen, weil es einfach notwendig ist. Soweit mir die Programme von meinen Mitbewerbern bekannt sind, gibt es eigentlich niemanden, der wieder einen Teil zurückgeben will. Also letztlich sprechen wir bei uns im Programm davon, dass es so eine Art CO2-Budget für jeden gibt. So mal ganz grob gesagt, man hat 100 Prozent, die man verbrauchen sollte. Und wenn es dann Leute gibt, die halt entsprechend weniger verbrauchen, weil sie halt nicht die Langsteckenflüge machen, weil sie halt nicht das Einfamilienhaus mit 180 Quadratmeter beheizen, dann haben die natürlich so einen kleinen Bonus und der wird dann letztlich wieder zurückgezahlt. Das heißt, die meisten Studierenden werden von dieser CO2-Preiserhöhung zwar täglich irgendwo was mitnehmen, aber am Jahresende wird das eher zurückvergütet, beziehungsweise da könnte bei den meisten, die gerade in WGs wohnen, sogar noch was oben rauskommen. Alles klar, vielen Dank, Herr Ostermann. Die nächste Frage ist an Sie gestellt, Herr Müller. Wir sind nicht gegen einen Kohleausstieg vor 2038, sondern wir wollen spätestens 2038 aus der Kohle ausgestiegen sein. Das ist fast der gleiche Satz, nur völlig was anderes. Wir setzen auf die Technologie, dass wir als Deutsche auch die Technologie entwickeln, um den Klimawandel oder die Energiewende zu gestalten, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Und dass wir natürlich schneller dann aus der Kohle rauskommen. Aber wir brauchen einfach, wir brauchen sichere Energie, gerade für die Industrien, die viel Energie brauchen. Hier im Thüringer Wald ist Wiegandglas. Wenn da der Strom weg ist und das Glas in der Wanne fest wird, dann war es das mit Glasproduktion. Und das muss einfach abgesichert sein. Und da brauchen wir Planungssicherheit für die Firmen und auch ein sicheres Stromnetz und sichere Energielieferung. Also spätestens 2038, so schnell wie möglich. In Ordnung. Dann gibt es jetzt noch eine Frage an Sie, Herr Schipanski. Und zwar lautet diese, wie möchte Ihre Partei in Zukunft gegen Korruption innerhalb der CDU vorgehen? Also ich glaube, wir haben ausreichend Gesetze im Strafgesetzbuch, wo Korruption bekämpft wird. Wir haben uns jetzt als Fraktion selber nochmal einen Verhaltenskodex gegeben. Wir haben die Register innerhalb des Bundestages noch einmal gemeinsam nachgeschert. Stichwort Lobbyregister und ähnliches. Und ich glaube, wir haben umfangreich Maßnahmen ergriffen, dass das, was wir erleben mussten im Rahmen dieser Maskenaffäre, nicht nochmal auftritt. Das Spannende ist nur bei dieser Maskenaffäre, dass sich ja zeigt, dass es unklar ist, ob das rechtlich überhaupt greifbar ist. Es ist aber moralisch eigentlich sehr verwerflich, was da geschehen ist. Und über dieses Moralische kann ich eben nur mit einem Verhaltenskodex arbeiten und unter Umständen eben nicht mit diesem Strafgesetzbuch. Wir werden aber sehen, wie diese Verfahren entsprechend ausgehen. Alles klar, vielen Dank. Dann hätten wir, glaube ich, schon eine Frage noch aus dem Publikum. Okay, es gibt ein paar mehr. Ich würde erstmal die junge Dame dort den Vortritt lassen und dann machen wir weiter. Danke schön. Ich will mich erstmal kurz entschuldigen, weil meine Stimme vermutlich etwas zittert. Ich habe eine Frage an den Stura. Ich will mich erstmal kurz bei den demokratischen Parteien bedanken, dass sie hier Rede und Antwort gestanden haben. Ich frage mich aber, wie der Stura, der durchaus auch queere und internationale Studierende vertritt, sich anmaßen kann, die AfD hier einzuladen, denen einen Raum zu geben, die sich nämlich ganz klar gegen die Lebensrealität von diesen Menschen immer wieder stellt und sich immer wieder menschenverachtend äußert. Und für mich ist das hier ganz klar ein Schritt in die falsche Richtung. Und ich würde mich freuen, wenn der Stura da kurz Stellung bezieht. Danke. Dann müsste ich jetzt mal jemanden vom Stura her vorbeten, nämlich kurz zu uns. Wir sind hier privat da, also wir sind nicht dem Studierendenrat angehörig. Ja, also die Annika und ich, wir sind auch Studierende hier an der TU Ilmenau, aber selbst nicht im Stura. Auch wir haben allerdings im Vorfeld mitbekommen, dass es dazu, ja, auch innerhalb des Sturas diese Frage gestellt wurde. War das der richtige Weg? Ich denke, das ist eine Diskussion, die wir jetzt nur schwerführen sollten, können, weil das sehr viele Punkte beinhaltet. Und nicht zuletzt aus zeitlichen Gründen würde ich vorschlagen, dass das etwas ist, was wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal genauer beleuchten, ob das jetzt eine gute Idee war, das heute zu machen und wie wir das zukünftig machen möchten. Gibt es dazu direkt eine Wortmeldung dort hinten? Unter anderem dürfte das wahrscheinlich auch auf der nächsten Stura-Sitzung Thema werden. Dann irgendeinem kurz. Eigentlich nicht. Alles klar. Ich hoffe, das ist in Ordnung soweit. Dann habe ich gesehen, dass es hier vorne noch zwei Fragen gab. An den jungen Herren gerne. Wie bitte? Ja, eine Frage an Herrn Schipanski und Herrn Müller. Wie bewerten Sie die finanziellen Hilfen, die das Bundesbildungsministerium, also von Frau Kalitschek, für Studierende in der Corona-Pandemie ausgereicht hat? Naja, das Problem war, dass sie eben nicht ausgereicht wurden. Ja, also das Geld war da und die bürokratischen Hürden wurden so hochgelegt, dass es eben nicht ausgereicht wurde. Und es war ähnlich wie beim BAföG einfach an der Realität vorbei. Und sowas darf nicht mehr passieren. Punkt. Also da bin ich jetzt ein Stück überrascht. Es ist immer schwierig, wenn die SPD-Regierung und Opposition in einem sein will, weil wir ja diese Hilfen auch gemeinsam beschlossen haben. Wir haben ja zwei Hilfen beschlossen. Einmal den KfW-Studienkredit und zum anderen die Überprüfungshilfe als Zuschuss. Das habe ich extra nochmal geschaut. Also wir haben über 100.000 Studierende, denen damit entsprechend geholfen wurde. Beim KfW-Studienkredit haben wir faktisch 60.000 Leute bis Juli 2021 gehabt, 24.000 Anträge bei den Überbrückungshilfen bis Juli 2021. Die wurden zu 95 Prozent auch entsprechend beschieden. Und das Studentenwerk hat am 25.08. eine entsprechende Pressemitteilung herauszugeben, dass diese Maßnahmen auch gut geholfen haben. Die wurden ja auch in Abstimmung mit den deutschen Studentenwerken entsprechend erarbeitet. Und die Frist, entnehme ich der Pressemitteilung, endet wohl jetzt im September 2021, was die Überbrückungshilfen betrifft. Weil die Studentenwerke der Ansicht sind, dass sich die Lage am Arbeitsmarkt wieder so stabilisiert hat, dass die entsprechenden Studentenjobs wieder da sind, die im Rahmen der Corona-Krise weggefallen sind. Vielen Dank. Es gab noch eine letzte, noch eine Frage hier unten. Und dort hinten gibt es auch noch eine Frage. Genau, im Anschluss dort oben. Und ich glaube, damit haben wir es dann auch für heute. Ja, das ist eigentlich so hauptsächlich an alle. Die Frage nach, ob Umweltschutz im Prinzip immer hinter den wirtschaftlichen Interessen so weit zurückstehen muss, dass im Prinzip der Umweltschutz nur betrieben wird, wenn eben die Wirtschaft dadurch überhaupt keine Einschränkungen oder keine irgendwelche Beeinflussungen erhält. Auf der anderen Seite auch die Frage, warum es immer noch genügend Förderprogramme eben für umweltschädigende Sachen gibt, warum daran nichts geändert wird und wie zum Beispiel auch regionale Konzepte in diesem Bereich aussehen könnten, um das mal auch ein bisschen voranzutreiben. Wenn man sagt, der Föderalismus ist ja auch etwas, was auf der einen Seite vielleicht gestärkt werden soll in den Entscheidungen oder eben eher die Bundesregierung, die dann eben Entscheidungsgewalt oder Hoheit haben soll. Also da gibt es so einige Knackpunkte. Sie haben jetzt Ihre Fragen an alle unsere Direktkandidaten gestellt. Ich würde Sie bitten, sich nicht zuletzt aus Zeitgründen für einen zu entscheiden. Ja, ich dachte, wer will, der kann antworten. Die Grünen sind natürlich dann immer ein guter Kandidat. Ich hätte allerdings auch mal Interesse daran, was die AfD zu diesen Themen zu sagen hat, aber wahrscheinlich eher nur, dass es eh egal ist, Umwelt... Dann wiederholen Sie doch bitte noch mal kurz Ihre Frage an die Grünen und dann können wir die beantworten. Entschuldigung, genau, konkrete Pläne zum von mir aus auch lokalen Umweltschutz in diesem Fall. Und warum gibt es immer noch genügend Programme, die eben genau dagegen arbeiten, Unterstützung wie Kohle etc. Ja, also bei unserem Programm ist ganz klar, dass alle klimaschädlichen Subventionen abgeschafft werden sollen, beziehungsweise alle Subventionen darauf überprüft werden sollen, ob sie denn in irgendeiner Art und Weise klimaschädlich sind. Ob es jetzt das Dieselprivileg ist oder Dienstwagenprivileg, die Dieselerstattung oder halt auch zusätzliche Besteuerung, was das Flugkerosin angeht, wobei das meines Erachtens auf EU-Ebene passieren muss. Aber das muss halt auch einen Initiator geben, eine Initialzündung, die das Ganze halt auch voranbringt. Ja, Herr Müller, führen Sie noch gerne aus, aber dann würde ich auch direkt an die... Eine Minute. Ja, ganz kurz nur. Also das Problem ist ja nicht nur unser Klima, sondern auch die faire Ressourcenverteilung. Und ich denke einfach, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, auch sofort zu handeln. Ich möchte nur zwei Beispiele nennen. Wir sind in Thüringen. Hier in Thüringen wurde mal ein Mixer gebaut vor 40 Jahren, der immer noch mixt. Ja, also wenn man die Wirtschaft verpflichten würde, Mixer zu bauen, die 40 Jahre halten und nicht nach zwei Jahren Geiz darauf geben, dann wäre da schon mal ein großer Fortschritt. Und das nicht nur bei Mixern, sondern bei allen Wirtschaftsgütern. Natürlich mit einer entsprechenden Übergangsfrist, dass die Wirtschaft sich darauf einrichten kann. Und genauso ressourcensparend kann man entsprechend vorgehen, wenn man sagt, es muss alles recycelbar sein. Auch diese Vorgaben gibt es nicht und wir müssen mit den Ressourcen gut umgehen. Und ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass wir da so schnell wie möglich einsetzen. Vielen Dank. So, dann würde ich das erst mal weitergeben, das Mikro. Ja, danke schön. Leider wurde meine Frage am Anfang ein wenig verkürzt, wahrscheinlich aus Neutralitätsgründen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass da noch ein bisschen Gesprächsbedarf bei Ihnen gab. Vor allem auch Herr Bühl. Darum geht es nämlich, warum jetzt genau die Koalition nicht zustande kam. Ob es an Toleranz, fehlenden Toleranzen, besser gesagt, der anderen Parteien liegt oder doch an eigenen Problemen im Parteiprogramm, wie zum Beispiel Punkt, 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 Punkt. Ich muss jetzt mal noch kurz rückfragen, welche Koalition meinen Sie? Meinen Sie letztes Jahr im Thüringer Landtag? Nein, nein, das meine ich nicht. Ich meine, diese Bundestagswahl hat jede Partei eine Koalition mit Ihnen absichtlich ausgeschlossen. Nicht nur das. Es geht sogar noch weiter im Haushaltsausschuss, in dem ich sitze, hat beispielsweise der Chefhaushälter der CDU verkündet, dass Anträge, die wir stellen, inhaltlich gar nicht befasst werden, sondern grundsätzlich abgelehnt werden. Und da muss ich hier an der Stelle schon mal die Frage stellen, was ist das demokratische Verständnis solcher Personen, die sowas äußern? Also ich verstehe Demokratie so, dass ich mich mit den Inhalten der anderen kritisch auseinandersetze, dass es dann zu einem Streit der Meinungen kommt und am Ende das Ganze zu einem Kompromiss führt. Das ist mein Verständnis von Demokratie. Wenn andere Kräfte kommen und sagen, damit setzen wir uns inhaltlich gar nicht auseinander, egal was da drin steht, wir lehnen das ab, dann finde ich, ist hier an der Stelle Demokratie nicht verstanden worden. Und das ist, glaube ich, auch das Grundproblem, an dem es scheitert. Die Dame, die vorhin die Frage gestellt hat, warum der Stura mich nicht ausgeschlossen hätte, das war, glaube ich, so sinngemäß, die Fragestellung. Das ist genau derselbe Kern, den ich meine. Das ist wie beim Chefhaushälter der CDU. Man befasst sich inhaltlich nicht, man setzt sich sachlich nicht auseinander. Die Frage war jetzt eben aber nicht an Sie gestellt, Herr Bühl, sondern an uns als die Studienentretung. Und die Frage von dem Herrn war auch jetzt nicht, wie Sie Demokratie definieren, sondern die war auch eine andere. Haben Sie konkrete Punkte, die Sie sich vorstellen können, weshalb andere Parteien eine Koalition ausschließen? Genau, ich war gerade dabei, auf die Zielgerade einzubiegen. Mir war es wichtig, noch mal eine Erwiderung vorhin auf die Frage zu geben, weil ich da leider nicht zu Wort gekommen bin. Wenn wir an dem Problem arbeiten, dass die anderen Kräfte sich inhaltlich mal mit uns auseinandersetzen, dass sie in die Sachdebatte einbiegen, statt immer nur irgendwelche Schwefelfässer rauszuholen und uns sinngemäß überzuschütten, dann sind wir auf einem guten Weg und kommen weiter und kommen irgendwann hoffentlich auch mal zu einer Koalition. Dabei wollen Sie also sagen, dass Sie mit dem Partei-Programm natürlich dann wahrscheinlich übereinstimmen und eher bei den anderen Parteien ein fehlendes Zuhörerverständnis vorliegt? Ja, kann man so attestieren. Ich denke, dass sich viele der Parteien genau damit auseinandergesetzt haben. Ich würde dich bitten, jetzt noch eine letzte Frage, wenn das nötig ist. Es wäre keine Frage, deswegen würde ich es lieber lassen. Gibt es noch abschließende Fragen? Die zwei Minuten haben wir jetzt, glaube ich, noch. Wer schon auf die Uhr geschaut hat, wir sind jetzt schon kurz nach zehn. Ich würde jetzt noch zwei Redner zulassen und dann die Fragerunde abschließen. Vielen Dank. Ich würde noch mal ganz kurz auf den Bereich Klimaschutz zu sprechen kommen. Und zwar habe ich eine Frage an Herr Bühl. Wann sollte die AfD Ihrer Meinung nach CO2-Neutralität anstreben? Wir müssen, natürlich sind wir für Umweltschutz, aber Umweltschutz muss global passieren. Das ist klar. Selbst wenn man Deutschland, was wir natürlich nicht wollen, komplett deindustrialisieren würde, würde sich am Weltklima so gut wie gar nichts ändern. Das ist mal Punkt eins. Wir müssen gucken, wenn wir Umweltschutzmaßnahmen machen, dass das eine sozialverträgliche Geschichte wird. Was momentan passiert durch die CO2-Bepreisung, ist etwas, was sich einige Pendler jetzt schon nicht leisten können. Und das wird ja in den kommenden Jahren noch sehr viel schlimmer werden. Deswegen sind wir für eine Abschaffung der CO2-Bepreisung. Herr Bühl, die Frage war nicht mit konkreten Maßnahmen, sondern der Zeitpunkt. Und dann muss man sich weltweit zusammensetzen und gucken, wie man Umweltziele erreichen kann. Da sehe ich ganz vorne Staaten wie China, da sehe ich Staaten wie die USA. Hier muss ich mit den Großen zusammen einen Tisch gesetzt werden und gucken, wie kann man ein globales Klimaziel erreichen. Kurze eine Frage. Hätten Sie einen konkreten Zeitpunkt, den Sie nennen können, wann CO2-Neutralität erreicht werden kann? Das ist schwierig. Jetzt da eine Aussage. Okay, gut, dann hat sich die Frage erklärt. Dankeschön. Dann eine letzte Frage noch hier aus dem Publikum, habe ich gesehen, der junge Herr. Und gerne auch an die anderen Direktkandidaten. Ich habe eine Frage an Frau Wanderer. Und zwar gab es vor kurzem im Bundestag eine Abstimmung darüber, ob die Soldaten der Bundeswehr eingesetzt werden sollen, um in Afghanistan die Menschen zu evakuieren. Und ein Großteil der Linken hat sich entweder mit Nein zu dieser Frage geäußert oder mit Enthaltung. Und ich würde erstens gerne wissen, wie Sie dazu abgestimmt hätten und zweitens, wie Sie zu den Zielen der Linken im Parteiprogramm stehen. Das heißt erstens die Auflösung der NATO und zweitens die Aussetzung aller Einsätze der Bundeswehr im Ausland. Ehrlich gesagt habe ich auf die Frage gewartet. Ja, also Sie wissen sicherlich, dass wir die einzigste Partei sind, die also die Kriegseinsätze definitiv ablehnt. Wir haben also gerade zu dem Afghanistan-Krieg, haben wir zu 20 Jahren, haben wir schon gesagt Nein, eindeutig. Und wir haben auch in diesem Jahr im Juni den Antrag eingebracht, in den Bundestag unsere Leute, sage ich jetzt mal, dort zurückzuziehen. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Das ist also absolut nicht in Ordnung gewesen. Und ich habe mich jetzt gefragt, als dieser neue Antrag jetzt in den Bundestag kam, habe ich wirklich überlegt, habe ich gesagt, wenn du denn jetzt tatsächlich schon im Bundestag bist oder zu diesem Zeitpunkt gewesen bist oder wenn es dann eben zu einer Abstimmung gekommen ist, wie hättest du abgestimmt? Also genau das habe ich mich wirklich auch gefragt und mein Mann ist auch mit dir, der kann das sicherlich bestätigen. Also ich nehme an, ich hätte mich auch enthalten, weil einerseits, wie gesagt, wirklich dieser Punkt Friedenspartei. Andererseits ist es natürlich unwahrscheinlich, unendlich wichtig, all diesen Menschen zu helfen. Ich selber, muss ich sagen, weiß aber nicht, wie man diesen Menschen helfen kann. Das heißt, wenn jetzt die Flugzeuge und ähnliches dort gar nicht mehr landen können, dann weiß ich nicht, wie man das eventuell noch machen kann. Okay, möglicherweise mit dem Schiff oder so. Aber dazu habe ich echt auch keine Ahnung. Aber man muss diesen Menschen helfen. Man hilft ihnen jedenfalls nicht, das, was 20 Jahre lang probiert worden ist, indem man Unsummen von Milliarden an Geld dort reinschaufelt und versucht, einfach die Demokratie dort denen überzustülpen. Das hat nicht funktioniert. Das hat man gesehen. Und man hat auch diese Menschen, die gewarnt haben, die gesagt haben, hey, da sind noch welche, die Taliban sind noch da. Die haben noch die Möglichkeit, da entsprechend einzukommen. Diesen Menschen hat man nicht geglaubt, ob das gute Journalisten waren oder ähnliches oder Kommissionen, die da drin waren. Da hat man einfach nicht hingehört. Und das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Man muss jetzt sehen, wie man wirklich diesen Menschen helfen kann. Und ich wäre dankbar dafür, weil im Prinzip ist es doch jetzt so. Sie sind eigentlich irgendwo, ich will es mal ganz krass sagen, sie sind im Tod verurteilt. Gerade Frauen, kleine Kinder zum Beispiel. Also das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und da muss man in irgendeiner Form helfen. Wie diese Hilfe erfolgen soll, bin ich leider ehrlich, weiß ich auch nicht. Alles klar, vielen Dank. So, wir haben es jetzt kurz nach zehn. Ich denke der Tatsache nach, dass wir ein paar Minuten nach acht angefangen haben und jetzt die zwei Stunden circa voll haben, ist das ein fairer Tausch gewesen. Was haben wir heute gehört? Wir hatten die Vorstellung unserer Kandidaten. Wir haben zu den Themen Corona, BAföG, Digitalisierung und Lokalpolitik die Meinung unserer Direktkandidaten gehört. Und jetzt im Anschluss noch eine Fragerunde mit auch interessanteren, spannenderen Antworten und Diskussionen gehört. Ich finde, das ist ein guter Abschluss für den heutigen Abend. Ich bedanke mich bei Ihnen, den Direktkandidaten für Ihre Zeit und auch bei allen Zuhörern, die heute hier vor Ort waren und zu Hause vor den PCs. Also ich dachte, wir kriegen noch ein Abschlussstatement. Ein Abschlussstatement. Was sagst du, Amka? Wenn wir eine Minute pro Kandidat oder Kandidatin machen, wären wir damit, glaube ich, einverstanden. Ja, wenn Sie möchten, dürfen Sie auch dann beginnen. Weil wir schauen wirklich auf die Zeit. Ich wollte es nur ganz kurz, weil ich die Frage ja berechtigt fand, warum arbeitet keiner der Parteien, die heute hier sitzen, mit der AfD zusammen? Und da kann ich das nur für die Union sagen. Die AfD ist eine Partei, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpft. Und das ist für uns schlichtweg kein Partner in einer Demokratie. Und ich bezweifle auch sehr, dass diese Gruppe, und der Herr Bühl ist ja ein enger Vertrauter von Herrn Höcke, in irgendeiner Art und Weise diese Demokratie fördern will. Sie wollen diese Demokratie zersetzen. Und dagegen sind wir und daher koalieren wir nicht mit der AfD. Herr Müller, Sie haben auch noch eine Minute für ein abschließendes Statement. Gut. Also ich will auch nur sagen, ich bin stolz, zu den Altparteien zu gehören. Und nicht nur das, ich gehöre zur ältesten Partei Europas. Und auch darauf bin ich stolz, dass wir uns seit 150 Jahren für Demokratie und für Solidarität einsetzen. Und dafür möchte ich mich auch in den nächsten vier Jahren im Bundestag einsetzen. Aber ich möchte nicht nur im Bundestag, also warten, bis im Bundestag sich was bewegt, sondern auch das Gehör, was man als Bundestagsabgeordneter findet, auch vor Ort einsetzen, dass wir sofort was bewegen hier in der Region. Und da hoffe ich auf Ihre Zusammenarbeit und Ihr Mitgestalten, dass wir das zusammen anpacken und gleich nach der Bundestagswahl. Vielen Dank, Herr Ostermann. Möchten Sie Freude machen? Ja, ich möchte einfach nur sagen, nutzen Sie die Chance. Wir haben jetzt nach oder in 16 Jahren Angela Merkel jetzt die Möglichkeit, die CDU mal in die Opposition zu schicken und diese Chance sollten wir nutzen. Also machen Sie Ihr Kreuz bei der Zukunft und nicht beim Weiter-sohn. Danke. Ja, ich möchte Sie auffordern, zur Wahl zu gehen, von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Reden Sie mit Freunden, Verwandten, Bekannten. Überzeugen Sie, Sie zur Wahl zu gehen und eine demokratische Partei zu wählen. Schauen Sie danach, was Ihre persönlichen Interessen sind. Und der Partei, die Ihren persönlichen Interessen am nächsten kommt, bei der machen Sie dann das Kreuz. Herzlichen Dank. Herr Bühl. Ja, auch von mir nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung an alle Gäste, die heute Abend hier waren und zugehört haben. Ich habe mich gefreut, dass ich dabei sein durfte. Ich höre ja, es gab hier ein bisschen Dissens im Vorfeld offensichtlich und jetzt hier aktuell auch. Ganz kurz beim Herrn Schipanski muss ich noch korrigieren, anfügen. Wir stehen selbstverständlich hinter der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wer etwas anderes behauptet, behauptet etwas Falsches an der Stabilität, an der Stelle. Und ich möchte ganz kurz noch den Bogen schließen. Am Anfang, das mag vielleicht etwas hartherzig rübergekommen sein, als ich von den Nebenjobs sprach. Ich war da schon so ein bisschen im Corona-Krisenbewältigungsmodus. Natürlich soll jeder Student mit seinem BAföG auskömmlich leben können. Das wollte ich hier nochmal ganz wichtig herausstellen. Im Übrigen treten wir als AfD dafür ein, Studenten, die Kinder bekommen, noch während des Studiums oder kurz nach dem Studium, dass denen die BAföG-Rückzahlung erlassen wird. Also auch ein ganz wichtiger Aspekt hier an der Stelle und auch immer ein schöner Anreiz, dann entsprechend auch in die Familiengründung reinzugehen. Vielen Dank und allen einen schönen Abend. Am 26. September bitte die richtige Wahl treffen. Und Herr Mölders. Ja, es ist schön, wenn die Liberalen das Schlusswort dann haben. Ich bedanke mich auch für die Einladung, hat mich gefreut. Ich finde es immer schön, wenn wir auch Gelegenheit haben, die Dinge, die uns bewegen, vorzutragen. Ich freue mich für jeden, der Interesse hat. Ich wünsche, wir hätten viel, viel mehr Leute Interesse. Ich hoffe auch, dass so ein paar Unterschiede auch deutlich geworden sind. Oft sind die Unterschiede ja gar nicht in den Zielstellen, sondern in den Wegen, die da hinführen. Und da glauben wir, haben wir oft die besseren Ideen, wie man zu den Zielen kommt. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Denken Sie mal über Ihre Wahlentscheidung nach. Machen Sie das richtige Kreuz an der richtigen Stelle. Schönen Abend noch. Guten Heimweg. Gut, dann vielen Dank nochmal an alle hier Teilnehmenden, auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, sowohl online als auch hier vor Ort. Ja, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Abend. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut nach Hause. Ja, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Abend. Ja, ich wünsche Ihnen allen,